Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, neuen, aktuellen Folge von Lauer & Wehner. Mein Name ist Christopher Lauer, neben mir sitzt Ulrich Wehner und damit habe ich die Möglichkeit genommen, dass Ulrich mich vorstellt. Dass das heute mit dem Einstieg so holpert, liegt daran, dass ich noch vollkommen derangiert bin vom Wochenende. Ich habe Geburtstag gefeiert und es war sehr intensiv. Hallo Ulrich. Hallo. Ja, es holpert ein bisschen beim Einstieg, das ist nicht schlimm. Es ist ja noch immer nicht mehr ganz so warm. Was hast du am Rekordsonntag, 38 Grad in Berlin waren es, gemacht? Ich war nicht in Berlin, sondern im Rheinland, wo es wahrscheinlich 37 Grad waren und bin zurückgekommen und der Taxifahrer am Flughafen sagte, es ist sehr warm hier. Es war eine nicht gerade besonders überdurchschnittliche Beobachtungsgabe, derer es dafür bedurfte. Er hat es trotzdem gesagt. Ja, aber ist ja auch freundlich. Ich meine, wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt oder noch nie in Berlin war, dann weiß man zum Glück nicht, wie schlimm Berlinerinnen und Berliner so insgesamt sind und mit schlimm meine ich, wie unfreundlich sie sind. Also in ganz normalen, beim Fußball würde man sagen Standardsituationen, sind Berlinerinnen und Berliner ausgesprochen unfreundlich und das wird dann immer so verharmlost mit Berliner Schnauze. Ja, dieser Taxifahrer war ein Nigerianer ohne Berliner Schnauze und hat es trotzdem warm gefunden in Berlin, wenn man das so sagen darf. Und ansonsten ist es in der Tat eine alte Berliner Tradition, Gäste, die diese Stadt besuchen, direkt an den Schnittstellen zur Außenwelt, im Wesentlichen Bahnhof und Flughafen, gleich vertraut zu machen damit, welcher Wind hier herrscht, nämlich ein rauer und unherzlicher, typischerweise übernehmen das Fahrer in öffentlichen Verkehrsmitteln diese Aufgabe, dass sie so Menschen, die dann am Anschlussflug aus Frankfurt, aber da aus dem Transitbereich, weil es gibt praktisch keine direkten Flüge nach Berlin aus dem Ausland, also ankommen und sich nicht sofort zurechtfinden. Nichts als erstes wissen, aha, Buslinie TXL, das ist der, der fährt mich zum Bahnhof zu, das nicht sofort wissen und dann vielleicht fragen, in so einen Bus einsteigen und sagen, wo ist Bus hier, wo komme und so und das, das war jetzt nicht lustig, dieser Akzentversuch, aber jedenfalls, die werden dann sofort zusammengeraunt, so nach dem Motto, machen Sie mal die Trittstufe frei da, oder wenn Sie noch, wenn Sie jetzt noch eine Frage stellen, dann würde Mitternacht oder wie auch immer, ja, jedenfalls, wie kommen wir darauf, freundlicher Mann, es war sehr warm und er sagt es auch, sind übereingekommen, dass es in der Tat sehr warm war und jetzt nicht mehr ist, ich finde das gut, rein subjektiv mag ich das sehr, die Vorstellung, dass es möglicherweise Vorboten sind auf heiße Zeiten, ist nicht gerade beruhigend. Es gibt Leute, die auf den Unterschied von Wetter und Klima nicht so viel setzen. Irgendein ganz großer Meister der Wissenschaft deutete darauf, dass dann nach diesem Höchstwert von 38 Grad sich abzeichnen würde, dass der Höchstwert ein, zwei Tage später ungefähr bei 22 Grad liege und dann das Ganze mit der Schlussfolgerung siehste, krönte, siehste, also hier hast du deinen Klimawandel. Naja, also genug, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, dass wir mit dem Wetter einsteigen. Mit Wetter, finde ich, ist immer ein guter Einstieg und es ist auch eine schöne Überleitung auf ein Standardthema, dass wir diese Folge aber nicht so sehr in den Fokus rücken werden, da sich da auch politisch nichts tut, nämlich die Klimakatastrophe, die globale Erhitzung. Der Juni war der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnung. Ja, so. Wahrscheinlich auch vorher, aber das weiß man ja nicht, weil es keine Aufzeichnung gibt. Weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube, diese 415 Partikel PPM CO2 in der Luft, die gab es schon mal irgendwie vor zwölf Millionen Jahren oder so. Ich darf mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich sonst wieder von sehr genau zuhörenden Hörern mir Ahnungslosigkeit vorgeworfen wird. Bevor wir aber zu den Korrekturen kommen, auf die ich hingewiesen worden bin, bevor wir dazu kommen, reden wir doch nochmal darüber, weil mir das mit der Inklusion in diesem Podcast sehr wichtig ist. Lieber Ulrich, worum geht es eigentlich in unserem Podcast Lauer und Wehner? Ja, um Inklusion. Wir, unter anderem um Inklusion, aber primär geht es in dieser Woche und in allen vorangegangenen und auch in den folgenden Wochen bis auf weiteres darum, ein Gegenmodell zur Talkshow zu liefern. Denn wir möchten diesen Zustand, bei dem sich Menschen produzieren, sich nicht austauschen, sondern sich in irgendeiner Weise einfach spreizen, um absurde Meinungen durchzudrücken oder andere niederzumetzeln. Wir möchten Austausch haben stattdessen und wir möchten die Dinge, die im Laufe einer Woche, also im Laufe der Zeit, die aktuell zwischen einem und dem anderen unserer Podcasts liegt, also diese Dinge möchten wir zum Anlass nehmen, sie noch einmal genauer zu betrachten, darüber nicht zu schreien und uns nicht schon dann aufzuregen, wenn uns das erste Blut ins Hirn oder wohin auch immer schießt, sondern nach Möglichkeit uns erst dann aufzuregen, wenn wir Fakten beisammen haben. Denn das Ziel hier, und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, Leben und Welt zu bewältigen und zu erfassen, ist die Fakten anzuschauen und darauf aufbauend eine Meinung zu bilden und nicht den ersten Schritt, nämlich die Betrachtung der Fakten, zu überspringen. Und wenn man die Fakten betrachtet, sieht man bei vielen Dingen, sie sind ambivalent, sie haben mehr als eine Seite, man kann aber eigentlich und auch uneigentlich immer etwas davon lernen. Wir möchten also die bessere Talkshow sein. Ja, und uns geht es so ein bisschen um Realitätsbewältigung, Bewältigung des Wahnsinns in der Welt. Früher sprachen wir von faktenbasiertem Aufregen, darum geht es, glaube ich, gar nicht mehr so, sondern einfach tatsächlich sich mal die Zeit zu nehmen und die Mühe zu machen, um gewisse Dinge zu besprechen. Ja. Und wenn das Leuten gefällt, ist es umso besser. Wenn es Leuten nicht gefällt, ist es auch okay, weil uns beiden hilft es ja auch. Und wir sind sendungsbewusst genug, um zu sagen, hey, das steht hier im Internet, das wird schon ein paar Leuten gefallen. Und dem ist ja glücklicherweise auch so. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen, habe ich aber vergessen, wie gesagt, noch vollkommen derangiert vom Wochenende. Ich war voll Totalschaden, sagte mir kürzlich ein Mandant und rechtfertigte damit, dass es nicht geschafft hatte, einen Vorschuss rüber zu schieben. Er sagte, ich war voll Totalschaden, ich konnte nicht. Ja, um da deinen Mandanten zu zitieren, ich war auch voll Totalschaden. Und dann fangen wir mal an, jetzt geht es noch darum, in diesem schönen Podcast, wie kann man diesen schönen Podcast unterstützen? Ulrich und ich würden ja gerne diesen Podcast noch ein bisschen mehr und intensiver machen. Und wenn ihr diesen Podcast schon finanziell unterstützt, dann bedanken wir uns ganz herzlich dafür. Dann ermöglicht ihr nämlich, dass es diesen Podcast so in dieser Form gibt. Wir würden gerne mehr machen und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass es irgendwann mal mehr Lauer und Vener gibt. Oder in Farbe mit Bildern. Oder in Farbe mit Bildern. Stereo. Also Stereo kannst du bei Podcast leider nicht machen, aber bei Video schon. Stereo bei Podcast ist ja dann wirklich, dass auf dem einen Ohr die eine Stimme ist und auf dem anderen Ohr die andere Stimme. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das gibt es auch. Aber dann könnt ihr uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, einfach Geld überweisen. Und zwar auf die Kontonummer, die im Blog angegeben ist. Das ist ein Konto. Auf dem ist, das sage ich jetzt auch immer dazu, weil es da anscheinend Missverständnisse gab, da ist eine Seepalast-Schriftsperre drauf. Ihr könnt also gerne versuchen, dieses Konto irgendwo anzugeben, wenn ihr damit was bezahlen wollt. Ich muss euch leider darüber in Kenntnis setzen, dass dann das nicht, also die Rechnung wird dann nicht bezahlt. Es geht halt einfach technisch nicht. Die Idee ist also, dass Geld draufkommt, es sei denn, du schiebst es runter und nicht, dass Geld da zum sich nehmen liegt, sozusagen. Ja, da ist leider noch nicht so viel Geld drauf, dass man jetzt sagen könnte, hey, pass auf, hier ein Konto für alle. Der Jeff Bezos, der könnte es doch machen mit einer seiner Milliarden. Wobei, das wäre auch relativ schnell weg, glaube ich dann. Ja, je nachdem, was da an Spenden reinkommt, würden wir vielleicht, also wenn es richtig viel ist, würden wir schon das ein oder andere bedingungslose Grundeinkommen ausloben. Jetzt dürfen wir den Mund nicht zu voll nehmen, nicht, dass es nachher heißt, das wäre hier so eine Art Ponzi-Scheme. Aber ich finde das in der Tat interessant, aber da gibt es ja auch so Vereine. Wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen, auch einem Markenkerl dieses Podcastes. Wenn ihr sagt, das mit der Überweisung ist mir zu kompliziert, Paypal geht auch, Paypal ist auch verlinkt und dann freuen wir uns über eure Unterstützung und dass die Zahl der Schwarzhörerinnen und Hörer möglichst immer, immer kleiner wird. Ja, wer zum Beispiel im Ausland uns hört und auf Gründen zum Beispiel der Zwangsvollstreckung oder des Vermögensarrestes oder ähnlichen Gründen es lieber so ein bisschen diskret machen möchte, Western Union auch kein Problem. Ja, machen wir auch. Mal Western Union. Wir geben das dann an, aber der Zahlende muss nicht. Muss nicht. Ulrich. Ulrich kennt sich aus. Auf jeden Fall, das sind die Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen. Darüber freuen wir uns, wie gesagt, immer sehr. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns auf iTunes zu abonnieren, was ihr unbedingt tun solltet, wenn ihr so ein iDevice habt. Es gibt die Möglichkeit, uns auf YouTube zu abonnieren, wobei mir da einfällt, dass ich, glaube ich, die letzte Folge noch gar nicht auf YouTube hochgeladen habe. Asche auf mein Haupt. Und dann gibt es uns auch noch auf Spotify und man kann uns aber auch direkt den Feed abonnieren oder so. Also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Anregungen. Es kommt dann irgendwann aber der Punkt, wo es so ein bisschen sehr defizil wird. Also ich habe neulich zum Beispiel, glaube ich, so eine Mail gekriegt, wo jemand geschrieben hat, ja und dieses und jenes und lalala und meiner Meinung nach das und das. Und dann überlege ich mir mal irgendwann, ob ich euch vielleicht auch mal Geld überweise oder so. So funktioniert das nicht. Wir sind jetzt nicht der, wie sagt man, wir sind ja nicht bei Wünsch dir was oder so. Wir machen das schon so, wie wir das uns vorstellen und gerne hätten. Und dann gibt es halt Leute, die das gut finden oder halt auch nicht. Aber wir sind jetzt glücklicherweise charakterlich beide so sehr gefestigt, dass uns da irgendwelche abstrusen Wünsche nicht so aus der Wahn bringen, dass wir das Sendungskonzept umschmeißen. Ja, und auch wenn man uns jeden Tag mehr Geld schickt und einen Koffer. Und Cash im Koffer. Ja, irgendwann müsste man sich... Irgendwann gehören wir euch, das ist richtig. Genau, und dann sind wir euer Knecht. Aber wer jetzt dieses Zitat aus der wunderbaren Serie Kiel-Orjall nicht kennt, direkt mal 20 Euro drauflegen. Direkt mal 20 Euro drauflegen. Nein, direkt auf YouTube eingeben. Direktor Hafenlohr, Mario Adolf und Franz Xaver Krötz. Ja, große... Sistiert von Dieter Hildebrandt in einer der, ich denke, wertvollsten, beeindruckendsten Szenen, die das deutsche Fernsehen hervorgebracht hat. Und die Serie, würde ich sagen... Wahrscheinlich auch die beeindruckendste Szene. Ja, würde ich sagen... Der Heini. Der Heini. Also Kiel-Orjall auch so ein bisschen das deutsche Game of Thrones. Also... Kenn ich zu sagen. Ich habe Game of Thrones auch nie gesehen, aber ich behaupte das einfach mal. Meinungsstark, das haben wir doch gelernt, ist doch wichtig, meinungsstark zu sein. So, aber bevor wir jetzt noch weiter abschweifen, kommen wir mal zu einer Sache, nämlich einer kleinen Korrektur. Ich habe es im letzten Podcast gewagt, Glyphosat als Insektenvernichtungsmittel zu bezeichnen. In einem Halbsatz, als es um den Bundes-, äh, was war der? Landwirtschaftsminister Schmidt ging, der in einem Alleingang gegen den Koalitionsvertrag in Brüssel gestimmt hatte, wegen Glyphosat. Und der jetzt im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn ist, die der größte Glyphosat-Anwender Deutschlands ist. Und wofür benutzt die Deutsche Bahn Glyphosat? Nämlich, um Unkraut zu vernichten. Und das ist auch der, äh, der, der Verwendungszweck von Glyphosat. Glyphosat ist kein Insektenvernichtungsmittel, aber ein Unkrautvernichtungsmittel. Was mit Insekten passiert, die dieses Unkraut, was dann vernichtet worden ist, die das eigentlich gegessen hätten oder bestäubt oder sonst was damit gemacht hätten, diese Transferleistung überlasse ich jetzt jeder Hörerin und jedem Hörer selbst. Also es ist im Ergebnis, kann man sagen, es ist, du hattest recht, es ist ein Insekten-, es ist ein Alleskiller vielleicht. Wobei ich glaube, diese Zusammen... Da würden dir große Glyphosat-Freunde, würden dir da widersprechen. Also es ist am Ende des Tages ist es so ein bisschen wieder so, wie mit, glaube ich, das war ja auch ein Kampf, den die Leute, die die Zigarettenindustrie verklagt haben, lange fühlen mussten, dass sie irgendwelche Krebserkrankungen wirklich monokausal ursächlich auf Nikotin und Krebs und den ganzen Krempel da. Und so hat es jetzt noch eine Frage. Ich habe keine Frage. Ich habe die, also es ist ein Herbizid. Ja. Ich glaube, dass Glyphosat so eine ganze Produktreihe auch ist. Ich glaube, dass bestimmtes Saatgut abgestimmt ist auf die Verwendung von Glyphosat. Das ist dann genetisch verändert und wird von Glyphosat nicht getötet. Wenn du das eine anwenden möchtest, musst du das andere haben und umgekehrt, das ist eine ganze Produktkette. Das ist sehr clever gemacht. Also auf eine sehr perverse Art und Weise clever. Ja, ich möchte jetzt gerne vergleichen und niemandem zu nahe treten. Das ist so, als würde ich so eine Kalaschnikow herstellen, die aber nur Leute umbringt, die nicht ein bestimmtes Armband anhaben. Ja, es ist vielleicht so ein bisschen wie mit Computer. Das ist einer der häufigen Fälle. Ja, also ein besseres Beispiel fällt mir auch fast nicht ein. Nein, aber es erinnert auch so ein bisschen dieses Bundling, diese Kopplung, wettbewerbsrechtlich sehr bedenklich in Extremfällen, aber eben diese Kopplung von zwei oder mehr Produkten erinnert ja stark auch an den Umgang mit Computern, an den Vertrieb von Computerdruckern, bei denen dann gerade dieses proprietäre Produkt des Toners ausschließlich von dem Hersteller verwendet werden kann. Und ähnliches. Also jedenfalls Glyphosat ist ein Herbizid. Ja, und man, es gibt aber auch wohl einen Zusammenhang zwischen Honigbienen und, ja, dass du mich nicht sofort berichtest hast. Ja, wahrscheinlich habe ich gerade recherchiert. Ja, es gibt wohl aber noch so einen Zusammenhang zwischen Glyphosat und Honigbienen, dass Glyphosat anscheinend Honigbienen anfälliger für bestimmte Milben oder Keime macht. Da sind sich die Forscher aber noch nicht sicher, ob das jetzt die Ursache fürs Bienensterben ist oder andere Dinge. Es ist wie immer sehr kompliziert. Dafür sind wir da. Klammer auf, die Kernaussage meines Nebensatzes in der letzten Folge, dass das Roundup, also Glyphosat ist der Wirkstoff quasi, und Roundup ist dieser Handelsname für ein Glyphosatprodukt. Und genau für dieses Glyphosatprodukt, da waren also mehrere Juries jetzt der Meinung, dass es krebserregend ist. Juries in den Ursachen. Juries. Und das war ja auch eine Kernaussage, die ich dort getitscht hatte. Ich habe es mir extra nochmal angehört. Und die ist ja unabhängig davon, ob Glyphosat ein Herbizid oder ein Insektizid ist, richtig. So, aber wie ihr seht, wir nehmen das natürlich sehr ernst. Und wenn so gravierende Fehler passieren, dann berichte ich die natürlich immer sofort sehr gerne. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Was ich noch sehe und aus Anlass dieses Themas anmerken möchte, ist, dass wenn man nach Glyphosat bei Google sucht, dann ist in dieser Rubrik, andere suchten auch nach Glyphosinat, das ist noch nicht das, was ich wirklich bemerkenswert finde, aber nach Agent Orange, auch ein weiterer, wahrscheinlich auch ein weiteres, ein Herbizid. Ja, Agent Orange, auch ein Herbizid? Moment, ja, ein Entlaubungsmittel, das nennt man dann wahrscheinlich nicht Herbizid. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Und ja, nicht, dass wir jetzt hier so eine Endlosschleife, aber Agent Orange auch ein, ja, ein Entlaubungsmittel eingesetzt im Vietnamkrieg seinerzeit. Ziemlich übles Mittel. In den Jahren von 55 bis 75, also jetzt nicht der Kern des Vietnamkriegs, aber jedenfalls in den vor allem 60er Jahren, sagen wir mal. Und da wurden ganze Landstriche durch unsere US-amerikanischen Freunde entlaubt. Das Schlimme an Agent Orange ist tatsächlich, und da kenne ich mich jetzt glücklicherweise wieder mit aus, weil ich mal mich damit beschäftigt habe. Das Schlimme an Agent Orange ist tatsächlich, dass es mutagen ist. Und das bedeutet, dass es auch das menschliche Erbgut angreift. Und was die Amerikaner bei ihrem Abzug aus Vietnam gemacht haben, ist einfach, dass Agent Orange, also erstens hat das natürlich die Leute betroffen, die das direkt abgekriegt haben. Und zweitens hat Agent Orange, wurde dann in so Fässer gelagert. Als die Amerikaner abgerückt sind, haben die die Fässer einfach verbuddelt. Und haben natürlich intelligenterweise keine Karten davon gemacht, wo sie es verbuddelt haben. Weil man verbuddelt das ja einfach so. Diese Fässer sind natürlich nicht irgendwie aus, I don't know, Diamant oder so, sodass sie irgendwie nie kaputt gehen. Sondern die Fässer sind aus so Blech, Metall. Bedeutet, mit der Zeit sind die durchgerostet und kontaminieren noch immer in Vietnam das Grundwasser. Und es werden in Vietnam noch immer Kinder mit Behinderungen geboren, die auf diese Agent Orange-Kontaminierung des Grundwassers zurückzuführen sind. Und das ist ziemlich krass, weil diese Kinder, die sind dann körperlich behindert, aber auch vor allem den geistig behindert. Und bedeutet, dass denen ein normales Leben, also so unser Normal, nie möglich sein wird, sondern dass die lärmbehindert sind, dass die betreut werden müssen. Ja, große Scheiße, Agent Orange. Ja, obwohl auch noch obendrein haben sich wohl noch eine Zahl im Bereich von 200.000 US-amerikanischen Soldaten daran schwer geschädigt. Mehr oder weniger schwer geschädigt, was jetzt für den einzelnen US-Soldaten auch bedauerlich ist und zeigt, mit welcher enormen Rücksichtslosigkeit in der jüngeren Geschichte der Menschheit, in der etwas weiter zurückliegenden Wissen ist ja auch, aber auch in der jüngeren Geschichte der Menschheit vorgegangen wurde. Ohne Rücksicht auf Verluste. Kommen wir zu Michael Kretschmer. Ja, kommen wir zu Michael Kretschmer. Der geht auch ohne Rücksicht auf Verluste vor. Du wolltest über etwas reden. Er hatte, was wollte er? Er wollte Volks... Ja, Michael Kretschmer... Something, something, Volk. Scheint mir, um mal hier die Trennung von Faktum und Meinung nicht orthodox zu betreiben, scheint mir eine ganz gefährliche Person zu sein. So, das ist aber jetzt erstmal nur die Übelschrift. Michael Kretschmer hat, wie mir am Rande aufgefallen ist... Vielleicht sollten wir ganz kurz noch sagen, wer er ist, damit es hier zu keinen Verwechslungen kommt. Das ist ein Projekt, er als sächsischer Ministerpräsident geriert... CDU. CDU. AfD kommt erst nach der Wahl wahrscheinlich. Also aktueller CDU-Ministerpräsident von Sachsen. Dort wird in Kürze, nämlich genauer gesagt in zwei oder drei Monaten von heute an im September, also zwei oder drei Monate, je nachdem wann, gewählt. Und Michael Kretschmer, auch ein Mensch, den man kennt, weil er da in Chemnitz sich geäußert hat und ein Mann des Bürgerdialogs. Und er schreibt in der Wochenzeitschrift Die Zeit über seine, wie es dort heißt, Erkenntnisse aus einer Reihe von Bürgerdialogen, die er in seinem Bundesland geführt hat. Ich glaube, über einen so einen Bürgerdialog hatten wir ja auch schon mal geredet. Der endete dann ungefähr damit, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig zitiere, aber der endete, glaube ich, damit, dass man sich darauf einigen konnte, dass es nicht okay ist, Heil Hitler zu sagen oder irgendwie so. Da hat Herr Kretschmer schon angefangen, die Politik aber, und das ist das Thema heute, auch das Verfassungsrecht maßgeblich voranzubringen. Also jedenfalls, dieser Herr Kretschmer schlägt ausdrücklich vor, ein Volkseinwand für Sachsen. Das ist wörtlich, das ist auch keine, das ist doch Faktum. Ich schlage für Sachsen, so schreibt er, einen Volkseinwand vor. Und das soll so gesehen gehen, dass es also Teil dessen ist, was er die Volksgesetzgebung nennt. Und da gibt es schon den Volksentscheid, jetzt wieder den Volkseinwand und das Ganze nennt er Volksgesetzgebung. Und er möchte damit so eine Art Volksveto schaffen und sagt, deshalb denken wir nun die Volksgesetzgebung neu. Den Mechanismus, den er beibehalten möchte, ist, dass die Regierung oder eine Fraktion im Sächsischen Landtag einen Gesetzentwurf einbringt, der Landtag das Gesetz beschließt und dann sei das Volk am Zug. Wenn die Bürger Unterschriften sammeln, er denkt so an etwa 5% der Bevölkerung, dann wird allen Wahlberechtigten konkret die Frage gestellt, ob das vom Parlament verabschiedete Gesetz wirklich in Kraft treten soll. Wenn die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger das ablehnt, geht man von einem Volksveto aus und das Gesetz wird dem Landtag erneut zur Beratung zurückgewiesen. Das schlägt der Herr Kretschmer zwei bis drei Monate vor der Landtagswahl vor. In dem Land, in dem vieles passiert ist, in dem Bundesland, in dem vieles passiert ist in der letzten Zeit. Ja, in der Zeit. Und das möchte ich doch hervorheben, der Volkseinwand. So viel dazu erstmal. Das ist das, was Herr Kretschmer vorgeschlagen hat. Aus der Zeit 27.2019, vom 26. Juni. So, damit man noch eine Vorstellung bekommt, was diese 5% bedeuten. Ich habe jetzt hier gerade auf der Webseite des Bundeswahlleiters die Angaben zur Bundestagswahl 2017. Das ist ja jetzt noch nicht ganz so lange her. Wahlberechtigte nach Ländern, also das sind dann die 18-Jährigen. Und das waren damals in Sachsen 3,3 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, was er da meint mit 5% der Bevölkerung. Da wird er jetzt mit Sicherheit nicht irgendwelche 14-Jährigen meint oder so. Also, so progressiv stelle ich mir einen CDU-Politiker nicht vor. Und so progressiv stelle ich mir auch Michael Kretschmer nicht vor. Er geht von den Wahlberechtigten aus wahrscheinlich. Genau, wenn wir jetzt Wahlberechtigte zur Landtagswahl, und ich glaube, da ist in Sachsen noch immer 18 Jahre das Wahlalter, dann sind das 3,3 Millionen. Dann wären 10% 330.000 und 5% 165.000 so ungefähr. Also, nur damit man mal eine Größenordnung hat. Er will also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, der Sächsische Landtag beschließt, dass der Mittwoch ein Feiertag werden soll, was der Sächsische Landtag kann, weil Feiertage Ländersache sind. Und dann sammelt eine Initiative, der Mittwoch soll wieder Arbeitstag werden, 165.000 Unterschriften. Und dann gibt es eine Abstimmung. Und wenn die mehrheitlich Nein stimmt oder Ja, oder je nachdem, wie die Frage gestellt ist, die Hörerinnen und Hörer mögen jetzt bitte die Transferleistung vollziehen und sich gerade mal denken, was ich meine. Aber dann hat das Volk die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Ja. Habe ich das jetzt so ungefähr richtig verstanden? Das Gesetz ist dann erst einmal abgelehnt und wird dem Landtag erneut zur Beratung zurück überwiesen. Na, Jesus Christus. Ja, und das ist einfach unerhört. Das ist grob, stümperhaft und brandstifterisch. Sind wir jetzt schon in der Werbung? Ja, das sind wir. Ja, okay, gut. Das ist einfach mal so eine, einfach mal so reingegrätscht in das, was man eine Verfassung nennt. Und auch Sachsen hat eine. Das merkt man nicht immer. Eine Landesverfassung. Das ist einfach mal so reingegrätscht, einfach mal so eine Idee rausgehämmert, die wahrscheinlich all denjenigen, die mit dem Begriff Volk noch richtig was anfangen können, und das sind in Sachsen einige, denen wahrscheinlich sehr gut gefällt und die dann sagen, das ist ja prima. Ulrich. Und einen solchen Vorschlag einfach mal so rauszudonnern, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Und was da dann passiert, wenn eine Mehrheit, eine Mehrheit, wenn 165.000 Leute ein Gesetz kippen können, dann, ja, das ist eine ganz schreckliche Vorstellung. Also zwei Sachen. Erstens, so sehr ich deinen, so sehr ich deinen Furor mag, lieber Ulrich, aber kannst du das noch irgendwie, nochmal inhaltlich irgendwie begründen, warum du, also weil, ich finde das einfach so primitiv, was der sagt. Also ich finde es von der Begrifflichkeit her, Volksgesetzgebung, Volks... Ja, aber Volksgesetzgebung, so heißt es leider auch in Berlin. Ja, dann... Volksgesetzgebung ist leider unter Parlamentariern ein feststehender Begriff. Ja. Das muss ich jetzt leider so sagen, aber das ist ja nochmal ein guter Hinweis, dass man es möglicherweise anders nennen könnte, zum Beispiel Bürgerinnengesetzgebung oder irgendwie. Ja, also jedenfalls bin ich, danke für den Hinweis, dass es Volksgesetzgebung, da muss ich mich dann doch nochmal etwas genauer mit befassen. Ich bin tatsächlich, also mein Auge ist richtig hängen geblieben an diesem Volkseinwand. Ja, Volkseinwand klingt, da springe ich dir gerne bei, komplett bescheuert. Ja, und danke. Bitte. Und das Fatale finde ich, dass es wie so häufig bei diesen populistischen Ideen und populistischen Maßnahmen vordergründig, wenn man mal von dem Begriff Volkseinwand absieht, vordergründig, erst einmal ganz attraktiv erscheint. Nämlich eine vordergründig, eine höhere Beteiligung der Menschen an den politischen Entscheidungen. Super. Ja. Nur was man sieht, was dahinter steht, ist, dass Herr Kretschmer offenbar davon ausgeht oder suggeriert, dass er füttert diese Haltung, die gerade in Sachsen, gerade bei diesen Pegida-Veranstaltungen ja sehr weit verbreitet ist. Die Haltung nämlich, die Politik habe sich schon meilenweit von dem Volk entfernt. Ja. Und nun müsse man dem Volk die Macht über die Politik wieder zurückgeben. Und das ist das dahinterstehende Narrativ. Und wenn man sich das vorstellt, dass da 165 möglicherweise, ich werde es mal weiter zuspitzen, möglicherweise 165.000 Bekloppte das schaffen können, am Ende des Tages ein Gesetz, wenn sie dann da noch genug Trommelwirbel machen, dass sich dann noch eine Mehrheit findet, ein Gesetz kippen können. Dass dann die Mehrheit zum Beispiel auch Minderheitenrechte einfach kippen kann. Dann sagen die, nein, hier kommt keine Einrichtung für irgendeine Minderheit in Betracht. Das wollen wir einfach nicht. Das wollen wir nicht in Sachsen. Das ist uns nicht gut genug. Ja, vielen Dank für den Hinweis, dass es Volksgesetzgebung gibt. Ein Volkseinwand halte ich für für einfach übel, unlauter. Also der Witz der Witz ist der und jetzt käme tatsächlich noch mal, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das so spontan hinkriege. Jetzt kommt noch mal ein inhaltlicher Einwand. Also nicht gegen dich, sondern gegen die geniale Idee von Michael Kretschmer. bei der Volksgesetzgebung ist es nämlich so, weil ich habe mich gerade gefragt, warum sollte man das denn tun? Denn du, also Beispiel, der, der, das, der, der sächsische Landtag beschließt das mit dem Mittwoch Feiertag. Und dann gibt es ja jetzt schon in der sächsischen Verfassung, das beginnt nämlich bei Artikel 71 gibt es nämlich schon durchdekliniert die Volksgesetzgebung. Also ist der fünfte Abschnitt die Gesetzgebung. Artikel 70 ist Gesetze im Parlament. Gesetzesvorlagen werden von der Staatsregierung aus der Mitte des Landtages oder vom Volk durch Volksantrag eingebracht. Die Gesetze werden vom Landtag oder unmittelbar vom Volk durch Volksentscheid beschlossen. So, und da muss ich sagen, und das hat mich jetzt sehr überrascht, ist die sächsische Landesverfassung nämlich ziemlich weit vorne, weil Artikel 71 Absatz 1 lautet wie folgt, alle im Land Stimmberechtigten haben das Recht, einen Volksantrag in Gang zu setzen. Er muss von mindestens 40.000 Stimmberechtigten durch die Unterschrift unterstützt sein, ihm muss ein mit Begründung versehener Gesetzesentwurf zugrunde liegen. Das bedeutet, du kannst, wenn du in Sachsen der Meinung bist, der Mittwoch soll ein Feiertag werden, 40.000 Unterschriften sammeln und dann geht das in den Landtag. Und wenn der Landtagspräsident da kein, wenn der Landtagspräsident da keine Veranlassung sieht, dass das irgendwie verfassungswidrig ist, dann wird das dem Parlament vorgelegt. Und dann ist hier sogar in Artikel 4 geregelt, der Landtag gibt den Antragstellern Gelegenheit zur Anhörung. So, stimmt der Landtag dem unveränderten Volksantrag nicht binnen sechs Monaten zu, können die Antragsteller ein Volksbegehren mit dem Ziel in Gang setzen, einen Volksentscheid über den Antrag hervorgezuführen. Bedeutet, also ich habe jetzt, auch wenn ich mal in Berlin Abgeordneter war, leider nicht die Verfassung von Berlin im Kopf, aber ich weiß, dass es diese Möglichkeit, einen Gesetzesentwurf direkt so ins Parlament zu bringen, in Berlin nicht gibt. Zumindest nicht mit 40.000 Unterschriften, weil dann würde das, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dann würde das häufiger passieren, als die paar Volksbegehren, die wir in Berlin schon hatten, zum Beispiel Tempelhofer Feld und so weiter und so fort. Es ist bei einem erfolgreichen Volksbegehren, nicht Volksbegehren, sondern, das heißt hier auch irgendwie Volksbegehren und dann Volksentscheid, wenn darüber abgestimmt wird, also bei einem, wenn ein Volksbegehren in Berlin über die Hürde der notwendigen Unterschriften kommt, die sind, das sind aber schon die nötigen Unterschriften für den Volksentscheid, ja, dann wird es auch im Parlament, dann kann es auch im Parlament behandelt werden, muss aber nicht. so. Und von dem Hintergrund kapiere ich den, kapiere ich den Vorschlag von Kretschmann noch weniger, weil ein Gesetz kann natürlich auch die Abschaffung eines Gesetzes sein. Also bedeutet, du schaffst ein Gesetz mit einem anderen Gesetz ab, ja, du sagst, der Landtag möge folgendes beschließen und das Gesetz vom Sohn zu fehlten, Sohn zu fehlten, mit dem Namen so und so wird abgeschafft zum Sohn zu fehlten. Und vor dem Hintergrund checke ich das nicht. Und der Artikel 73 der Landesverfassung von Sachsen, der sagt halt noch, welche Sachen unzulässig sind, also über Abgaben, Besoldungs- und Haushaltsgesetze finden Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid nicht statt. Das ist verständlich, weil, sag ich mal, das Königsrecht des Parlaments ist noch immer die Haushaltsgesetzgebung. Ein durch Volksentscheid abgelehnter Volksantrag kann frühestens nach Ablauf der Wahlperiode des Landtags erneut in Gang gesetzt werden. Das Nähere ist über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid bestimmt ein Gesetz, in dem auch der Anspruch auf Erstattung der notwendigen Kosten für die Organisation des Volksbegehrens und eines angemessenen Abstimmungskampfes geregelt wird. Gut, dieses Gesetz habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber ich sage mal, das ganz Grobe ist ja schon in der Landesverfassung von Sachsen geregelt. Und da du also mit diesen 40.000 stimmberechtigten Unterschriften diesen Volksantrag ins Parlament einbringen kannst, was ich übrigens ziemlich fortschrittlich finde, verstehe ich nicht, warum der Kretschmann fordert, ja mit 165.000 Bürgerinnen und Bürgern soll man dann ein Volksveto machen können. Ja, das ist vor diesem von dir sehr schön herausgearbeiteten Hintergrund ein absurdes Vorhaben und er begründet die Zeit dann dafür Raum geben, können doch mal selber in die Landesverfassung, ich bin ja jetzt auch, ich habe Verfassungsrecht nicht studiert, im Gegensatz zu einigen Zeitjournalisten, die wir hier nicht erwähnen namentlich und aber da musst du ja jetzt nicht den Kommentar zur sächsischen Verfassung da liegen haben, um mal ungefähr grob zu erfassen, worum es da reicht schon mal wieder und also die Frage, kann man sich in der Tat stellen oder was heißt kann man sich stellen, doof gelabert, stellt sich schon die Frage, warum eigentlich die Zeit hier Michael Kretschmar einräumt, seine, wie es wörtlich heißt, Erkenntnisse aus einer Reihe von Bürgerdialogen niederzuschreiben und offenbar völlig ungefiltert und ohne dass ein Verfassungsrechtler der Zeit da mal draufgeschaut hätte und er sagt, also vielleicht noch kurz drei Punkte dazu, ich räume mir ein, dass ich mich nicht intensiv mit diesem Thema zuvor befasst habe, weil ich mich schon so aufgeregt habe, als mein Auge an dem Volkseinwand hängen geblieben ist, weil ich natürlich wusste, dass hier ein ehemaliger Parlamentarier sitzt, der sich ein bisschen mit der Volksgesetzgebung ausdehlt. Dennoch ist es meines Erachtens ein Unding. Noch drei kurze, noch 17 kurze Punkte, ich fange an mit 2 A, B, C, also noch drei kurze Punkte. Zum einen, dieses Instrument begegnet ja noch grundlegenderen, noch übleren Zweifeln, als der Volksentscheid, oder wie man es auch immer nennt, der gestaltend ist, denn der Volkseinwand, der ist ja rein destruktiv angelegt von Kretschmer. Das heißt also ausschließlich mit dem Ziel etwas zu verhindern. Die Frage, die du aufgeworfen hast, warum, wenn man in der sächsischen Verfassung mit 40.000 Leuten ein Gesetz beschließen kann, in dem zum Beispiel drinsteht, dieses Gesetz, das ja gerade verabschiedet worden ist, soll wieder weg, warum man dann noch diesen Volkseinwand machen will, da versucht Herr Kretschmer so eine Begründung unterzuschieben, die auch von einem Staatsverständnis, von einem Verständnis von Politik und von einem Verständnis der politischen Zustände zeugt, das sehr bedenklich ist. Er versucht nämlich unterzuschieben als Argument für seinen Volkseinwand, Zitat, die Fragestellung kann man nicht manipulieren beim Volkseinwand, weil sie stets die gleiche ist, wie bei der parlamentarischen Schlussabstimmung über das Gesetz. Ja, aber da erleichtert ein Blick in die sächsische Landesverfassung auch wieder die Rechtsfindung Artikel 72 Absatz 4 bei dem Volksentscheid wird mit Ja oder Nein gestimmt. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Und so ist es im Gesetzgebungsprozess im Parlament auch. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Also wenn mehr Ja gestimmt wird als Nein im Parlament, dann ist der Antrag angenommen. Und wenn mehr Nein gestimmt wird als mit Ja, dann ist der Antrag im Parlament abgelehnt. Und es gibt im Parlament tatsächlich auch nur die Ja oder Nein Stimme. Die Fragestellung kann man nicht manipulieren. Hält Herr Kretschmer für einen Vorteil seines Volkseinwand. Nochmal, du kannst die in diesem Volksgesetzgebungsprozess, in diesem Volksentscheidsprozess, kannst du die Fragestellung auch nicht manipulieren. Denn am Ende ist die Frage, stimmen sie dem Gesetz XY in seiner Fassung vom zu Ja oder Nein. Da ist nichts zu manipulieren. Entschuldigung, dass ich jetzt auch so Ja, ist toll, wie du abgehst. Und ich will ja auch auf den Punkt hinaus, diese Überlegung, man kann es nicht manipulieren, die hat ja zur Prämisse, dass es Bestrebungen gibt, das zu manipulieren. Ja, das ist wieder Michael Kretschmer redet über andere und meint die ganze Zeit damit sich. Wir haben wieder so einen Fall, in dem die Äußerung, und das wäre auch ein Fall für eine tiefenpsychologisch arbeitende Psychotherapeutin, so einen Fall, wo die Aussage über andere wieder weitaus mehr über den Aussagenden als über die anderen Aussagen. Nämlich in Wirklichkeit möchte Herr Kretschmer manipulieren, da sieht man es doch. Und dann gibt es zwei Sätze, der letzte Satz ist, mit dem Volkseinwand geben wir dem Volk das letzte Wort. Okay, schöne Latrinenparole. Aber dann so ein Satz, der schwebt da so im Raum und sagt, keineswegs, Zitat, keineswegs schwächt ein solcher Volkseinwand die repräsentative Demokratie, sondern entwickelt sie weiter. Wie ein Volkseinwand die repräsentative Demokratie weiterentwickelt, bleibt das Geheimnis von Herrn Kretschmer, ja, den wahrscheinlich muss man den wählen, damit nicht die AfD, ja, wobei, den kann man nicht wählen, um die AfD zu verhindern, mit denen macht er ja den Volkseinwand. Also, ich glaube, was man, wenn man in Sachsen die AfD nicht im Parlament haben möchte, sollte man tatsächlich Linke, SPD oder Grüne wählen. Oder meinetwegen sogar die Partei, die Partei, aber die kommen wahrscheinlich nicht über die fünf Prozent. Für Europa reicht es. Für Europa reicht es, ja, leider, aber das ist ein anderes Thema. Gut, also Herr Kretschmer, wir wollen ihn nicht zu sehr, aber es ist schon, es ist auch schon dieser Punkt, warum, ich habe den Eindruck, dass es in Sachsen nicht so viele Zeitleser gibt, das beruhigt mich insofern ein wenig, dass ich darüber hinweg komme, wie die Wochenzeitschrift die Zeit, Herrn Kretschmer da so viel Raum gibt, damit er so ein bisschen ausmehren kann. Was ich daran echt so entsetzlich finde, ist, dass es so strunzdumm ist. Weißt du, was ich ja verstehen könnte, wäre, wenn er jetzt sagt, pass auf, ich will die sächsische Verfassung so ändern, dass es, wie in der Schweiz, jedes Mal ein Referendum gibt, wenn ein Gesetz beschlossen wird. Das wäre ja tatsächlich ein anderer Charakter. Da reden die Schweizer ja auch davon, dass ein Gesetz referendumsfest sein muss. Also, da wird dann tatsächlich, wenn die Schweizer können aber auch in ihren Kantonen, in ihren Gesetzen ganz andere Dinge bestimmen, zum Beispiel Steuern erheben. Also, wenn dann jetzt die Kantone, die da den Gotthard-Tunnel ausbauen, die verabschieden dann Gesetze, da wird dann eine Gotthard-Tunnel-Steuer eingeführt von, weiß ich nicht, 10% Mehrwertsteuer oder so, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich kenne die genaue Steuer nicht, müsste man nochmal nachgucken, aber, sowas geht ja in Deutschland, in den Bundesländern leider nicht, aber, wenn der Kretsch mal das vorschlagen würde, dann würde ich sagen, okay, das ist ja wenigstens noch irgendwie ein Vorschlag, über den man diskutieren kann, ja, wobei man da auch die Frage stellen kann, was gewinnt die Demokratie dadurch, dass auf einmal alle Wahlberechtigten dazu verdonnert werden, über jeden Spökes, den das Parlament beschließt, selber nochmal abstimmen zu müssen. Ja, das hinzutritt, dass wie Beobachtungen ergeben haben, die man anstellen kann, ohne eine breit angelegte Studie durchzuführen, kommt man zu einem belastbaren Ergebnis. Und zwar haben diese Beobachtungen ergeben, dass die politische Kultur im Land Sachsen eine andere ist als in der Schweiz und dass man da nicht einfach einen Mechanismus, der unmittelbar nach dem Rüttlich-Schwur eingeführt wurde, in Sachsen auch einführen könnte. Das wäre ohnehin unmöglich. Ja, wie Herr, ja, also, ich bin nach wie vor vorkommen, ich bin, äh, sehr verwirrt. Ich finde das so krass. Ja, ich finde das auch krass. sehr verwirrt, weil es ist, ja, gut, also wir haben jetzt 95 Mal gesagt, es wird auch nicht besser, aber es ist trotzdem, also ich meine, man kann da schnell den Deckel drauf machen, aber es ist trotzdem so ein bisschen unbestödigend. es ist tatsächlich verstörend, was mich tatsächlich verstört, weißt du, wenn das jetzt so der, ähm, der Kreistagsvorsitzende der CDU der Sächsischen Schweiz gewesen wäre oder irgendwie so was, wenn es so was gibt, ja, dann hätte ich gesagt, okay, ja, der hat nicht die Mittel und die Zeit, mal die Landesverfassung ordentlich zu lesen und so, aber der Kretschmer, der hat doch Leute, der hat doch Mitarbeiter, der hat Juristinnen und Juristen, der hat also die Möglichkeit dort, ähm, also sich wirklich Expertise zu holen, im Zweifelsfall ruft er noch jemanden von der Konrad-Adenauer-Stiftung an oder sagt so einem Heini von der Jungen Union beim, weiß ich nicht, Ring christlich demokratischer Studenten oder so, hier, äh, äh, Hermann, schreib mir mal bitte so einen, so einen Gastbeitrag über, über einen Volks, was, Volksvito, ja, und das, hat offenbar den Falschen gefragt, der eben das geschrieben hat. Ja, ich verstehe es nicht. Also es ist sehr verstörend, was da, was da los ist, das, ja, deshalb müssen wir das jetzt sofort verlassen. Wir müssen das jetzt sofort verlassen, sonst drehen sich die nächsten drei, drei Stunden darum, dass wir einfach aus diesem Loop nicht rauskommen, aus der Schleife nicht raus, aus dieser Schleife der Dummheit, das muss man mal einfach auch so deutlich benennen. So. Ich möchte jetzt zu Andi Scheuer etwas sagen. Ja, aber warte mal, bevor wir zu Andi Scheuer etwas sagen, wollte ich noch ganz kurz was sagen zur Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Die längeren Hörerinnen und Hörer, oder die nicht länger, längerfristigen, dauerhaften Stammhörerinnen und Hörer dieser Sendung wissen ja, dass Julia Klöckner ein Video gemacht hat mit Nestlé. Die Landwirtschaftsministerin. Die Landwirtschaftsministerin, die ehemalige Weinkönigin Rheinland-Pfalz. Ich glaube sogar Bundesweinkönigin. Ja. Julia Klöckner also. Bundesweinkönigin. Ja. Ich recherchiere das, erzähl weiter. Ich recherchiere das mal bitte, bevor es wieder böse Zuschriften gibt. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg hatte ich ja darum gebeten, das zu prüfen. Es sind insgesamt 20 Beschwerden dort eingegangen. Für mich wäre es jetzt natürlich nochmal so, aus Gründen der Vanity, der Eitelkeit wichtig gewesen, ob meine Beschwerde auch tatsächlich die erste war. Schwamm drüber. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg war heute so freundlich, mich also darauf hinzuweisen, dass sie jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Julia Klöckner, wie gesagt, hatte mit dem CEO von Nestlé Deutschland ein Video gemacht, in dem sie irgendwie das ganz toll gefunden hat, dass Nestlé jetzt irgendwie um 5% den Zucker in seinen Produkten reduziert hat. Wir haben das damals vorgerechnet, wenn also in 100 Gramm Nestquake 77 Gramm Zucker drin sind oder so, das ist jetzt keine korrekte Angabe, sondern eine ausgedachte, dann bedeutet eine Reduktion um 5%, dass dann da irgendwie ja 74 Gramm Zucker drin sind oder so. Also nicht wirklich viel. So, und du hast jetzt aber mittlerweile recherchiert, was für eine Weinkönigin sie waren. Ja, auch das Rechercheergebnis ist frappierend, denn Verschwörungstheorien ist das ein Nährboden. Also Julia Klöckner war deutsche Weinkönigin, also Bundesweinkönigin, das ist ein Begriff, den gibt es seit gerade, aber die amtierende Weinkönigin ist Karolin Klöckner. Und das ist verdächtig. Wegen demselben Nachnamen oder was? Da hatte ich jetzt aber nach dem Spannungsbogen, den du da auch gespannt hast, mehr erwartet. Ja, das tut mir sehr leid. Sagt man aufgebaut oder gespannt? Das wäre ja noch eine interessante Frage. Kommt der Spannungsbogen von einem Bogen, den man baut, so in der Architektur, ja, einem Torbogen oder der Spannungsbogen, der Spannungsflitzebogen, der Spannungsflitzebogen. Wir werden es nie erfahren. Also von meinem geistigen Auge ist das immer der Spannungsflitzebogen. Ja. Ich fand, der war massiv gespannt gerade, aber gut. Also jedenfalls Frau Klöckner, die ja in der vergangenen Woche auch mit, aber jetzt sind wir auch nicht richtig vorbereitet drauf, jedenfalls das Tierschutzlabel, Ja, das müssen wir irgendwann mal machen, wenn wir uns damit tatsächlich beschäftigt haben. Jedenfalls nicht so gut ankommt. Ja, weil es wieder so freiwillig ist. Das ist ja das, was in dem Video mit Julia Klöckner, das ist genau das die Brücke. Freiwilligkeit findet Julia Klöckner irgendwie gut. Das hatten wir ja damals in der Folge auch thematisiert, dass sie anscheinend irgendwie ihr da so die Vorstellungskraft fehlt, dass die Aufgabe einer Ministerin möglicherweise sein könnte, durch Gesetze Gesellschaft zu beeinflussen. Sie findet freiwillige Sachen irgendwie besser. Ich hatte also damals unter anderem die Medienanstalt Berlin-Brandenburg darauf hingewiesen, dass Julia Klöckner dieses Nestle-Video gemacht hat und siehe da, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg sagt, nein, es ist keine Schleichwerbung. Aber die Begründung finde ich ganz interessant, weil sie da glaube ich wirklich sehr ja, im Rahmen dessen, was sie da so machen können, oder was da so ihr Auftrag ist, in diesem sehr engen Auftrag gehandelt haben. Das Video wurde bla bla, laut Einschätzung der MABB handelt es sich nicht um Wirtschaftswerbung, da die Äußerungen der Bundesministerin nicht, wie von Rundfunkstaatsvertrag vorausgesetzt, bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufserfolgen auch bestehen keine Anhaltspunkte für eine Werbeabsicht. Da würde ich ja schon mal so ein Fragezeichen dran machen, aber gut, das Ministerium hat für sich das besonders schöner Satz, kein Entgelt oder ähnliche Gegenleistung von Nestlé erhalten zu haben. So, dann äußern sie sich noch zum Verfassungsrecht, da müssen wir uns jetzt nicht zu äußern, beziehungsweise wir können uns dahingehend äußern, dass sich die Medianer Stadt Berlin-Brandenburg wahrscheinlich auch besser nicht zum Verfassungsrecht äußern sollte, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so, ihr Kernthema, aber was ich positiv fand und dann hat die ganze Sache doch noch wenigstens ein ganz kleines positives Ende, um ähnlich gelagerte Fälle nach gleichen Maßstäben beurteilen zu können, werden die Landesmedienanstalten für die Grenzen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit des Staates Leitlinien entwickeln und das muss ich sagen, ist doch tatsächlich in diesen wilden Zeiten, in denen also Ministerinnen und Minister darauf kommen, irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Videos zu machen, die zumindest dem gesunden Volksempfinden nach manchmal die Grenze zur Schleichwerbung überschreiten, dass da jetzt die Landesmedienanstalten sagen, nee, komm, dann machen wir jetzt mal Leitlinien und an denen können sich dann irgendwie alle Ministerien orientieren lassen und ich glaube, dass sie jetzt sagen, dass sie Leitlinien machen, lässt zumindest, das ist jetzt meine Interpretation, darauf hindeuten, dass sie möglicherweise auch nicht ganz glücklich mit dem Ergebnis ihrer Prüfung waren. Also, weil, wenn du was prüfst und sagst, ja gut, also hier hat jetzt kein Gewerbe stattgefunden und dass jetzt die Bundeswirtschafts- Landwirtschaftsministerin, die Bundeslandwirtschaftsministerin, dass die jetzt kein finanziell, ja, kann man so nicht sagen, aber dass die jetzt nicht in den selben finanziellen Abhängigkeiten Nestlé so erwähnt, wie das jetzt vielleicht irgendeine Influencerin auf Instagram oder YouTube machen würde, ja, das ist ja klar, dafür habe ich ja auch die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg nicht angeschrieben, ja, ich wollte, ich so, sondern ich hatte ja in der Mail auch geschrieben, ich wüsste jetzt nicht, warum für eine Bundesministerin andere Regeln gelten sollten als für einen YouTuber und das ist ja auch schon der Hinweis, dass, wenn Julia Klöckner, warum nennst du die eigentlich immer Klöckner? Weiß ich nicht, Ah, Klöckner, ja, kann ich auch Klöckner sagen, ich glaube, wir haben nicht so viele Anhänger der Jungen Union, die uns hören, die uns dann um eine Korrektur bitten. Ich dachte, das wäre vielleicht schon im Vorgriff auf Rakete, Rakete. Ja, nee, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Nee, ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja auch schon fast alles gesagt dazu. Also, ich finde es ganz interessant und irgendwie scheint die Medienanstalt Berlin-Brandenburg auch nicht so richtig glücklich damit gewesen zu sein. Sonst würden sie zumindest nicht den Bedarf sehen, da auch Landesleitlinien für die öffentliche Hand bei solchen Videos zu sehen. Ja, das ist in Zeiten, in denen die wichtige Akteure aus dem öffentlichen Sektor, wir kommen ja gleich auch noch mal zum Bundesaußenminister, der sich ja auch einen Wolf twittert, einfach ihre Öffentlichkeitsarbeit anders gestalten, muss man mal drüber nachdenken. und ganz besonders nachdenklich macht das, was Frau Klöckner dort sich geleistet hat. Und gerade in so, es gibt ja ganz bestimmt industrienähere und industriefernere Ressorts. Also, das ist ganz sicherlich ein Industrie- slash Landwirtschafts-nahes Ressort, nämlich die, das Ressort der Landwirtschaftsministerin. Das andere Ressorts, fällt mir eins ein, das ist wahrscheinlich weniger industrienah, beziehungsweise weniger gewerbenah oder weniger landwirtschaftsnah. sagen wir mal, man kann die wahrscheinlich ranken, es ist natürlich nicht, also es gibt natürlich kein Ministerium, was vollkommen frei ist von Nähe. wenn du dir anguckst, das Gesundheitsministerium zum Beispiel. Ja, das Gesundheitsministerium zum Beispiel, wenn du dir aber auch anguckst, dass die öffentliche Hand in Deutschland ja nach wie vor der größte Auftragsgeber ist und auch als Bundesinnenminister kannst du ja, weiß ich nicht, wenn du dann entscheidest, welche Firma jetzt demnächst die Computer für die, fürs Bundesinnenministerium liefert oder so, also du kannst ja auch bei im ersten Blick fachfremden Industrien Dinge in Gang setzen, die, von denen du dir zum Beispiel später dann irgendwie einen Vorteil erhoffst. gut, also das zumindest zu der Entwicklung bei Julia Klöckner, das finde ich auf jeden Fall, ja, also, ich weiß jetzt auch nicht, was passiert wäre, wenn die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg gesagt hätte, naja, das war jetzt illegale Schleichwerbung, hätte sie da vielleicht ein Bußgeld bezahlen müssen oder so, I don't know, wir werden das nie erfahren, aber das zumindest zum Fall Klöckner. Ja, vielleicht schießt sie ja nochmal zu einem Bock, dann erfahren wir es. Ja, du wolltest auf jeden Fall nochmal über den Andreas Scheuer reden und was er jetzt mit Dienstwagen macht. Ja, diese Mechanismus, dass Andreas Scheuer ja eigentlich einen Klopper nach dem nächsten raushaut und jetzt dieses Phänomen, ja, Fahrzeuge, Motorräder, Führerschein frei oder weniger die Hürden für die Fahrerlaubnis abbauen möchte und alle sagen, Gott, Andi, was ist das für ein Quatsch, den du da dir leistest oder dass er sagt, den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages muss man eigentlich sofort zumachen wegen Komplettignoranz und dann hat er dummerweise recht, bin ich gestoßen auf einen sinnvollen Vorschlag aus dem Hause Scheuer, denn Andreas Scheuer, unser Verkehrsminister, wird damit im Handelsblatt wiedergegeben, dass er die Dienstwagenbesteuerung ändern möchte und dabei alternative Antriebe voranbringen möchte. Diese Idee ist bestechend simpel, sie ist recht gut, sie ist jetzt nicht die Verkehrswende, aber es ist einfach mal eine vernünftige Idee und deshalb möchte ich die kurz hier erwähnen und erwähnen, dass diese Idee wahrscheinlich auch sofort wieder, weil es ja eine vernünftige Idee ist, wahrscheinlich sofort wieder in der Schublade verschwindet. Das klingt jetzt sehr nach Politikverdruss. Oh ja, die da oben und dann wird das wieder nichts. Der Ehrliche ist auch ein bisschen der Dome. Aber ich finde, dieser Mechanismus ist auch so einfach, es ist einfach eine fachliche Sache, da jubilieren nicht, da stehen die Leute nicht auf der Straße und applaudieren, was für ein toller Hecht an die Scheuer ist, aber es ist einfach mal so eine ganz simple Sache, Dienstwagen. Dienstwagen, das ist in Deutschland noch immer ein Goodie, für das die Leute verrückte Sachen machen, wie total bescheuerte Jobs annehmen, sofern sie dann ein Auto vor die Tür gestellt bekommen von ihrem Arbeitgeber, dass sie, und das ist das Wichtige, auch privat nutzen dürfen. das ist so die, dann hat man es einfach geschafft und je bescheuerter der Job ist, desto größer muss das Auto sein. Also, ich würde ja erst bei Dienstwagen mit Fahrer oder Fahrerin verrückt werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dann hast du es halt wirklich geschafft. Dann hast du es also sowas von geschafft. Dann kannst du nur hoffen, dass es kein Tempolimit gibt. Und so, jedenfalls, was man aber, was man macht, ist, wie jedes Einkommen, so wird auch der Umstand, dass man einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommt, wird es versteuert, muss das versteuert werden. Und da wird es mit einem Prozent des Neuwagenwertes monatlich versteuert. Und das sind immer noch Beträge, die sind, da hat man eine steuerliche Belastung, die ist noch immer weit hinter dem, was man für so eine Karre zahlen würde. Ja. Und vor allem wird diese Diskrepanz immer größer zwischen dem Wagenwert, dem Fahrzeugwert und dem, was man versteuern muss, je rein Prozentrechnung, je größer diese Karre ist, je teurer diese Karre ist. Also, je fetter die Karre, desto relativ geringer ist die steuerliche Belastung für denjenigen, der dieses Goodie bekommt. Und da hat dann Herr Scheuer gesagt, das können wir doch mal irgendwie anders machen. Wir können das doch mal so machen, dass dann die Leute, die besonders schadstoffarme Fahrzeuge oder solche mit alternativen Antrieben oder beides zur Verfügung gestellt werden, dass die jetzt noch weniger Steuern bezahlen, als sie ohnehin das schon tun. Es ist schon so, dass bei bestimmten Fahrzeugen diese Einkommensbesteuerung des Geldwerten Vorteils bei 0,5 Prozent liegt, statt bei einem Prozent des Verkaufspreises. Und das wäre meines Erachtens eine fantastische Subvention, ist letzten Endes eine Subvention, dass man da Elektrofahrzeuge zum Beispiel oder jedenfalls Fahrzeuge, die besonders klein sind und besonders schadstoffarm und nicht diese 2,5 Tonnen Teile, wo man sich immer fragt, ob das eigentlich ein Panzer ist und dass man diese kleinen Fahrzeuge einfach mit einem Vorteil versieht steuerlicher Art und sagt, okay, wenn ihr euch so ein Elektrosmart von eurem Arbeitgeber vor die Tür stellen lasst, dann müsst ihr den gar nicht als Geldwert einen Vorteil versteuern oder nur mit 0,25 Prozent oder whatever. So, diesen Vorschlag hat Andy Steuer, Andy Steuer, Andy Scheuer gemacht. Ja, wird er nicht drauf beharren. Das ist ja eine gute Idee. Schlichte, einfache, gute Idee. Warum macht er das? Allerdings muss ich sagen, ich würde ja schadstoffarm, nehme ich ja jetzt nicht mehr so ernst in Deutschland. Deswegen würde ich da schon sagen, nach Herstellung des Herstellers schadstoffarm. Genau, deswegen würde ich sagen, ich hätte lieber ein E-Auto, also ich hätte diese Regelung lieber für E-Autos, weil ich diesem ganzen Krempel mit Schadstoffarm und so aus Gründen nicht mehr traue. Ich hatte auch gestern wieder irgendein Tweet in der Timeline, dass Audi jetzt auch wieder irgendwie beschissen haben soll bei den Abgaswerten. Dazu habe ich aber jetzt auch nichts mehr erstaunlich, wenn nicht. Ich habe in der FAZ Technik und Motor, sehr schöne Beilage, immer dieser Hinweis, dass die Redaktion einige dieser Dinge, die da Gadgets, die da getestet werden, zur Verfügung gestellt bekommen hat und da fragt man sich immer, wer von diesen teilweise wirklich Extreme-Nerds kriegt dann da wohl was, von den Dingen, die zur Verfügung gestellt worden sind. Da war jedenfalls ein Testbericht für den Audi e-tron und oder war es gar nicht? Egal, Quelle unbekannt. Jedenfalls dieses Fahrzeug wurde so ein bisschen auf Herz und Nieren getestet und der Umstand, dass das erste vollelektrische Fahrzeug, das Audi hergestellt hat, auf den Markt gebracht hat, nicht hergestellt wissen wir, nicht auf den Markt gebracht hat, ist dieser Audi e-tron. Ja. Das ist ein zweieinhalb Tonnen wiegendes SUV, das, wenn man es vorsichtig fährt, so 350 Kilometer weit fahren kann, dann muss es an eine Steckdose mit einem, so dieser Bericht, erbärmlichen Lademechanismus und dass das also die Innovation ist, zu der dieses Unternehmen aus eigener Kraft in der Lage ist. das fand ich erschreckend, fand ich so rückwärts gewandt, als hätte der gute Henry Ford einfach nur Pferde aufgemotzt und dann vor seiner Kutsche noch zehn mehr und so Kraftpferde oder sowas gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ein Tesla Series 3 wiegt. Ähnlich viel. Model 3. Das sind, das wiegt ähnlich viel und Menschen, die sich noch besser als ich damit auskennen, sagen, die Elektromobilität, so wie sie aktuell gedacht wird, ist einfach von höchster, höchster Absurdität, weil die Autos nicht zuletzt und vor allem dieser Tesla mit absurden Beschleunigungswerten, was zwar riesig Spaß macht, muss ich zugeben, aber mit absurden Beschleunigungswerten agieren, mit denen sie absurde Massen beschleunigen. Ja, wobei der Model 3 ja jetzt gar nicht so schwer ist. Der ist 1,6 bis 1,8 Tonnen. Okay. Also es sind ja nicht zwei Tonnen beim Audi, wie hieß der, Audi e-tron. Ja, der wurde ja auch ganz prominent gefeatured in einem Film, den ich auch schon mal erwähnt habe, Avengers Infinity War. Da ist ja das Lustige, dass er, dass der Audi e-tron da irgendwie Geräusche gemacht hat, als wäre er ein, als wäre er so ein Hoverboard. Nee, als wäre er so ein V8. Ja, wahrscheinlich imitieren die auch noch massig Lärm, die Karren, die Elektrokarren. Das kann ja durchaus sein. Ja, so, der Audi e-tron, ich finde jetzt aber nicht, das Gewicht von ihm, weil da die deutsche Wikipedia-Seite auch so ein bisschen, oh, der Audi Q2, da steht aber auch Leergewicht 1,2 bis 1,5 Tonnen. Jetzt weiß ich aber nicht, welcher das ist. Wir müssen das nochmal nachreichen. Ich klicke mich hier auch jetzt nicht so, auf die Schnelle kriege ich das nicht recherchiert. Also Audi e-tron, Motorleistung 408 PS, Sales überm Quatsch hat. Genau, erster Stecher. Unverbindliche Preisempfehlung ab 80.900 Euro. Ja, das ist halt der Quatsch. Wer soll sich denn, welcher Millennial, welcher Millennial kann sich denn ein Auto für 80.000 Euro leisten? Fahrzeuggewicht 2.565 Kilogramm. Beschleunigung 0 bis 100 Stundenkilometer 5,7 Sekunden. Das ist das erste voll elektrische 2,5 Ja, das meinte ich gerade mit 2,565 Kilogramm. Das meinte ich, das Gewicht. Und die, das ist also das erste elektrische, voll elektrische Serienfahrzeug, das Audi auf den Markt bringt. Das sind die Sachen, die die machen, wenn nicht nennenswert gesteuert wird durch den Staat. also eine Tonne schwerer als der Tesla ist schon ein bisschen peinlich. Also, ich finde das urpeinlich und deshalb ist da dieser Vorschlag von Andy Scheuer einer von vielen sinnvollen Vorschlägen, dass man halt kleine Autos fördert, auch sinnvoll für eine Stadt. Ja, so viel dazu. Das war es, was ich zu Herrn Andy Scheuer sagen wollte. Sollen wir Seerecht machen? Die Überschriften, die ich hier gerade lese, sind auch ziemlich peinlich. Also für den Audi, hier Spiegel online zum Beispiel, Fahrbericht Audi e-tron, der Schnellentlader. Ich glaube, das war, das hatte ich glaube nicht gelesen. Das ist natürlich... Der schildert, der Tester, Tester, schildert, wie der von A nach B sich so eine Strecke von 450 Kilometern zurechtgelegt hat und dann, was er auch feststellt ist und ziemlich doof findet, ist, dass bei diesem 80.900 Euro teuren Auto der Stöpsel, also die Ladebuchse am Auto, dass die vorne, links, außen ist. und da stellt er fest, wo ich dann auch gesagt habe, das leuchtet, mir gedacht habe, das leuchtet mir total ein, dann stellt er fest, wenn ich dieses Auto jetzt am Straßenrand meiner Fahrtrichtung parke, also in Deutschland rechts, liebe Audi-Ingenieure, dann kann man das in die Panik. fährt einem einer den Arsch ab, wenn man diesen Stöpsel da dran beppt und der nämlich dann zur Straßenseite ist. Das ist, das ist wieder so typisch, das ist wieder so typisch, das heißt also, in diesem Bericht wurde das sehr schön, da sieht man, da sieht man aber auch, das ist ja auch etwas, womit sich die Wissenschafts- und Technikgeschichte sehr viel beschäftigt, wie also quasi so der, der, der Bias, also die Vorurteile der Erbauerinnen und meistens sind es ja leider Erbauer bei jetzt so Sachen wie Autos, wie die dann einfließen in die Konstruktion solcher Geräte und dass dieser Audi e-tron dann seine Ladebuchse vorne links hat, ist ja klar, weil der steht ja eh im Carport, das steht im Carport und dass dieses Auto irgendwo mal auf der Straße aufgeladen wird, das können sich die Damen und Herren von Audi oder wahrscheinlich vor allen Dingen die Herren von Audi gar nicht vorstellen. Ja und die können sich auch nicht vorstellen, dass zwei Leute mit diesem zweieinhalb Tonnen Auto fahren, das nämlich dann, also kommen wir denen mal so weit entgegen, die Beifahrerinnen, die da neben dem Herr des Autos sitzt, neben dem Kapitän, First Officer aussteigt und sagt, ey ich mach mal kurz hier den Stöpsel rein dann könnte das ja auch rechts sein, nein nein, das muss schön links sein, damit Carport, sehr gutes Stichwort, damit El Jefe, El Jefe im Carport direkt aussteigt, zack Stecker rein und dann geht er nach Hause, steht schon das Bier bereit. Also das ist ja übel. Wir sollten tatsächlich, wenn wir die Ausgabe Lauer und Wehner im Bild machen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir dann in so einem Fahrzeug sitzen. Ja, aber das fährt nicht, sondern mit so Greenscreen und im Hintergrund haben wir dann sowas wie Star Wars oder sowas. Ja, trotzdem machen wir Carpool Karaoke. Aber ein anderes schönes Beispiel für so vorkommen absurde Blüten dann in der Herstellung von technologischen Artefakten ist ja, die NASA hatte sich, als es dann darum ging, dass die ersten weiblichen Astronautinnen mal mit so dabei sind, haben die sich also so überlegt, hm, was brauchen denn Frauen im Weltall? Ja, und was brauchen Frauen im Weltall? Ein Schminkset. Und dann haben tatsächlich diese ganzen Männer bei der NASA ein Schminkset für Frauen gebaut. Weil das ja schon so das war, was anscheinend am wichtigsten ist. Ich verlinke das, wenn ich dran denke, in der Nachbararbeitung. Talking about Technik, Geschichte, man muss ja, bislang war das mit dem Schminkset jedenfalls für die deutsche Frau noch nicht akut, weil noch keine deutsche Frau im All war. Ja, genau. Also insofern wird das dann erst wahrscheinlich 2020 relevant, wenn die erste deutsche Frau das All betritt, sozusagen, sich im All auf, im All schminkt. Im All auf. Wahrscheinlich macht die dann so ein Experiment Schminken im All. Das ist so vollkommen absurd, also weil ich glaube von allen Dingen und ich meine, da ist ja auch jedes Gramm, ist ja super wertvoll, da so hoch zu schicken und dass sich dann da so Typen vorstellen, ja nee, klar, also wenn du dann da so an Bord in so einer Konserve bist, so wenige Zentimeter vom Nichts des Weltalls und der ganzen kosmischen Strahlung und so, ja, und dass man dann sagt, nö, also die Frau, die braucht bestimmt, die braucht bestimmt ein Schminkset. Ich finde, das ist so geil. In Cape Canaveral steht wahrscheinlich da beim Check-In steht so ein Rack, wo du deinen Schminkkoffer reinhalten musst und sagst, nee, das ist groß. Miss. Ja, sehr lustig. Nee, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall sehr, sehr absurd. Also der, wir fassen zusammen dieser Audi e-tron, also wir fassen zwei Sachen. Ist das NASA Schminkset. Also erstens Andi Scheuer macht vernünftige Vorschläge, über die keiner redet, die auch nie kommen und Audi e-tron ist das NASA Schminkset der Autos. Der E-Autos. Unter den E-Autos. Unter den E-Autos, ja. So. Hammer's. So, aber bevor wir jetzt zu Carola Rakete kommen, kommen wir noch ganz kurz dazu, weil das fand ich ganz interessant. Stefan E., der mutmaßliche Mörder von Dr. Walter Lübcke, Regierungspräsident aus Kassel, erschossen aus nächster Nähe von eben diesem, mutmaßlich von diesem Stefan E., hatte ja am 26.6. so roundabout ein Geständnis abgelegt. Ja. Anscheinend gegenüber der Bundesanwaltschaft. So, dieses Geständnis zog Stefan E. heute vor dem Bundesgerichtshof zurück. Und weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was das bedeutet, würde ich dich als Fachmann in Sachen Strafrecht einfach mal darum bitten, kurz einzuordnen, was man jetzt darunter zu verstehen hat. Ja, wir gehen davon aus, dass Stefan E. sein Geständnis vor der Staatsanwaltschaft, namentlich vor Vertretern des Generalbundesanwalts, also einem Generalbundesanwalt, in einer Vernehmung durch einen Staatsanwalt abgelegt hat. Sein ursprüngliches Geständnis vor rund einer Woche. Dieses Geständnis war, wie es heißt, recht detailliert. Vor allem hat er ja auch noch andere Leute beschuldigt, die ihm dann die Waffen verkauft haben und so, wodurch es dann ja noch zu mehr festnahm kann. Er hat gesagt, er sei ein Alleintäter im Zuge entweder seines Geständnisses, das weiß ich nicht, oder weitere Ermittlungen konnten ausfindig gemacht werden, Menschen, die ihm eine oder mehrere Waffen verkauft haben sollen und jedenfalls hat er ein Geständnis abgelegt, das über so ein Momentum bei dem der Vernehmungsbeamte die Vernehmungsbeamtin fragt, waren sie das, wo der dann so genickt hat und dann gesagt hat, können sie noch mal kurz das sagen für unsere Aufzeichnung und er hat gesagt, ja, ich war das. Nein, es war wohl mehr. Er hat Details geschildert und das ist auch immer wichtig, erfahrene Ermittler einschließlich Bundesanwälte werden dann auch noch ein bisschen insistieren, dass sie sagen, dass sie sich ein paar Details geben lassen, also wie, welche Farbe hatte denn das Gartentor, als sie dann da rein, von welcher Seite sind sie denn reingegangen und damit also dieses ein Belast, nicht nur belastendes, sondern auch ein belastbares Geständnis ist, dessen Wahrheitsgehalt überprüfbar ist. Das soll ein etwas ausführliches Geständnis gewesen sein und man kann auch davon ausgehen, dass da jetzt also nicht die letzte Flasche dieses, bei der Bundesanwaltschaft dieses so einigermaßen relativ hohes Kompetenzniveau, dass da also jetzt nicht der Praktikant diese Vernehmung möchte auch mal immer vernehmen. Das ist ja ein guter Moment, guckt ja keiner. Also man kann davon ausgehen, dass da ein detailreiches Geständnis herausgekommen ist. in der Vernehmung durch Ermittlungsbeamte, jedenfalls nicht durch Richter, ein Richter, eine Richterin, nunmehr vor dem... Wo ist dann der Unterschied? Da kommen wir gleich drauf, ich spann den Spannungsbogen, versuche es jedenfalls, aber jedenfalls hat er jetzt, wie es heißt, heute, heute, am 2. Juli 2019, vor dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof, sein Geständnis widerrufen und gesagt, ich war das doch nicht oder gar nichts gesagt. Das ist eine Maßnahme, es kommt so selten gar nicht vor und es ist zu sehen in dem Zusammenhang, dass um einen Straftäter zu überführen, muss das in öffentliche Hauptverhandlungen geschehen. Das hat wiederum zur Folge, dass alles, was letztlich für ein Urteil herangezogen wird, sei es eine Verurteilung oder ein Freispruch, in der Hauptverhandlung, in irgendeiner Weise in die Hauptverhandlung rein muss. Das heißt, wenn der sein, wenn ein Verdächtiger im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei einer Einschaltquote von 50% sagt, vor Millionen Publikum sagt, ich war das und hier ist auch noch irgendwie der Beweis, dass ich das war oder selbst wenn er öffentlich da einen peinigt oder gar umbringt, wird man im Strafprozess immer noch dieses Video abspielen müssen, damit das da eingeführt ist. Genauso verhält es sich mit dem Geständnis. Das muss in irgendeiner Weise, wenn das außergerichtlich, so war das hier jedenfalls abgelegt wird, muss das in irgendeiner Weise rein in das Strafverfahren und wenn er das Geständnis dann in die Hauptverhandlung ablegt, alles klar, Geständnis fertig, dann gucken die noch, ob das schlüssig ist, dass es wirklich so war wie gestanden und dann war es das. Wenn dieses Geständnis jetzt nicht mehr da ist und nichts anderes ist, der Widerruf des Geständnisses, der sagt, war das doch nicht. Wenn das Geständnis nicht mehr da ist, muss das auf andere Weise im Rahmen einer späteren Hauptverhandlung eingeführt werden. Das heißt, er wird es nicht mehr sagen und es kann aber jetzt im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, in dem wir uns befinden, natürlich weiterhin zur Begründung des Tatverdachts herangezogen werden. Das ist nicht weg. Das ist nicht weg aus der Welt, sondern und weil das wohl den nötigen Detailreichtum hat, wird es halt als Indiz genommen. Die Frage ist, wie kriegt man das dann in die Hauptverhandlung und dafür ist entscheidend, ob das vor einem Richter war, dann kann man es einfach verlesen in der Hauptverhandlung oder sonst führt man es einfach dadurch ein, dass man die Vernehmungsperson vernimmt. Sache, da dreht sich dem US-Amerikaner wahrscheinlich der Magen um, aber hier in Deutschland überhaupt kein Problem, easy going, dann sagt man, ja, was hat der denn gesagt? Und dann erinnert sich diese Ermittlungsbeamte, die Ermittlungsbeamtinnen erinnern sich, das ist auch zum Leidwesen der Verteidigung in anderen Fällen, gerade schwierig, wenn die dann bei der Polizei was gesagt haben und in der Hauptverhandlung dann die Aussage verweigern. So wird das dann hier wohl sein. Da erinnert sich dann der Ermittlungsbeamte also auch in beknacktesten kleinen Fällen, verdächtig gut genau an das, was der gesagt hat. Das liegt natürlich daran, dass er sich dann vorher das nochmal kurz durchliest, was er da aufgeschrieben hatte. Und so wird es auch hier sein. Also der Widerruf des Geständnisses nur ein wahrscheinlich taktischer Move, man weiß gar nicht so genau, ob von ihm oder seinem Verteidiger im Ergebnis nach allem, was man jetzt weiß, vorbehaltlich nähere Erkenntnisse vom Fall, wird es keine Wende in dem Fall und schon gar nicht das Ergebnis beeinflussen. Ob er das war oder nicht, wird sich zeigen durch das Verfahren. Das Beständnis, das er abgelegt hat, war offenbar detailreich. Das heißt, das wird man dann auch in die Hauptverhandlungen reinkriegen und dann hält das auch. Vorbehalt natürlich, dass wir die Akten nicht vollständig haben. Das wäre jetzt noch mal eine Frage gewesen, also wir erinnern uns ja an den, wir erinnern uns ja noch mal an die Chronologie, es war ja so, dass erst die Verhaftung erfolgte und dann auch der Haftbefehl, also die Untersuchungshaft aufgrund des dringenden Tatverdachtes und dann erst das Geständnis. Also und da wäre jetzt noch mal eine Frage, ob das dann für ihn, wenn er schon einmal gestanden hat, nicht intelligenter wäre, bei diesem Geständnis zu bleiben und sich dann auch gegenüber dem Gericht so ein bisschen ruhig zu zeigen oder so. Also was ist da die tiefere Strategie, auch jetzt meinetwegen des Verteidigers im Sinne des Mandanten? Jetzt in diesem Moment ist die Strategie nicht zu erkennen. Also eine sinnvolle Strategie ist da nicht zu erkennen. Sinnvoll ist das in Fällen oder kann das in Fällen sein, in denen bei der ersten Vernehmung richtig was schief gelaufen ist. In der bei der ersten Vernehmung zum Beispiel der Beschuldigte gesagt hat, ohne meinen Anwalt sage ich nichts. Und dann haben die Vernehmungsbeamten den mal so richtig weich gekocht oder bedroht gar und gesagt, komm, hier, sag mal was. Und irgendwie hat das dann doch rausgehauen. Dann nämlich ist es denkbar, dass diese Aussage insgesamt nicht verwertet werden darf und dass dann auch die Vernehmungsbeamten nicht in der Hauptverhandlung vernommen werden können oder dürfen und dass dann tatsächlich das ursprüngliche Geständnis oder Pseudogeständnis weg ist. Dass das Gericht sich da nicht mehr drauf stützen kann. Das scheint allerdings, haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Methode hier aufgehen könnte, glaube ich auch nicht, dass die da so krasse Fehler gemacht haben, wie den nicht anständig belehrt oder sowas oder einfach ein Wahrheitsserum gegeben haben. Mit einem Netz Orangen geschlagen. Oder mit einem Netz Orangen geschlagen haben. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, sodass es ebenso wahrscheinlich mit dieser Technik des Geständnis Widerrufs hier im Ergebnis wohl nichts zu gewinnen gibt, sondern möglicherweise für Rumgeeiere noch einen Punktabzug geben könnte. Allerdings eher so einen gefühlten, weil das jemand nicht gesteht, darf man jetzt nicht zu seinen Lasten werten. In unserer Rechtsordnung, anders bei Kim Jong-Un und Kim Jong-Il und bei Herrn Chavez und sonst wo, das darf man nicht zu seinen Lasten werten. Aber es gibt natürlich Abzüge in der B-Note, wenn man da rum eiert, solche Freunde macht man sich da nicht. Wenn sich der Tatvorwurf bewahrheitet, wird es wahrscheinlich bei der Verteidigung oder es könnte gut sein, dass es bei der Verteidigung am Ende tatsächlich nur um, also im Sinne von ausschließlich um diese berühmte Feststellung der besonderen Schwer der Schuld und womöglich sogar, weil der ja häufig aufgefallen ist, um eine Sicherungsverwahrung geht. Naja, und da muss man die Taktik dann irgendwann, die Strategie irgendwann dann schon bestimmen und es ist nicht erkennbar, dass da erstmal ein Geständnis Widerruf so richtig Vorteile bringt. Mit anderen Worten. Ja, außer dieses neunmal kluge das müssen sie mir ja erstmal nachweisen. Das ist Aussage gegen Aussage. So, also Aussage gegen Aussage vielleicht auch nochmal einer der großen Justizwirtümer, dass da nichts geht. Ich muss einfach nur das Gegenteil behaupten, dann können die mir nichts. Darauf bitte nicht verlassen, weil bei Aussage gegen Aussage wird das Gericht der Aussage folgen, die es für die Bessere hält. Also Augen auf dabei. Aber die das nachweisen, dass ich das gewusst habe, da können die auch unterhalb der Schwelle, dass sie in den Kopf reingucken, können die das nachweisen. Also Augen auf bei, das müssen die erstmal nachweisen und ist die Aussage gegen Aussage. Ich glaube einfach Augen auf bei der Wahl des Strafverteidigers oder bei der Wahl der Strafverteidiger. Und bitte vorher nichts selber sagen. Das ist glaube ich die goldene Regel, egal ob euch jetzt ein Mord oder eine, aber da habe ich mich jetzt schon mal gefragt, wie ist das, das ist jetzt auch so ein Exkurs, aber das wäre jetzt tatsächlich mal so aktive Lebenshilfe für glaube ich viele Hörerinnen und Hörer, wenn du jetzt für die strafrechtlich Aktiven Hörerinnen und Hörern wenn du jetzt, das ist mir schon mal oft so durch den Kopf gegangen, wenn ich jetzt bei Rot über die Ampel fahre, mit dem Fahrrad zum Beispiel, was ich tatsächlich nicht tue, weil ich immer so eine GoPro Kamera auf dem Kopf habe und es dann einfach dämlich ist, wenn man das aufzeichnet, dann auch noch über Rot zu fahren, aber wenn man das macht und Personal Ausweis beim Bankraub verliert. Genau, wenn man dann von der Polizei angehalten wird, ist da auch eine Strategie nichts zu sagen? Also wenn die dann sagen, Entschuldigung, aber sie sind hier gerade über Rot gefallen, jetzt geben sie mal bitte ihren Personalausweis und so, kann man dann nichts sagen? würden sie denn sagen wollen? Was? Ja. Ich würde sagen, passen Sie auf, ich gebe Ihnen jetzt hier die Nummer vom NW und das klären sie jetzt mit meinem Anwalt. Ich gehe für die Handynummer. Verstehst du, das ist ja dann auch so ein bisschen, also wo ist die Quatschgrenze bei, ich rede nicht mit der Polizei? Also man ist ja gesetzlich verpflichtet, Angaben zur Person zu machen, das sollte man auch tun, typischerweise, es sei denn, man verspricht sich einen Riesenvorteil, ein Ei gibt Zwillinge, kann man mal überlegen, ob man nicht sagt, ich bin der Jürgen, obwohl ich ja nicht der Thomas bin. Wenn du bei Rot über die Ampel fährst, dann musst du schon Angaben zu deiner Person machen. Personalien muss man Angaben zu machen und sollte man auch keine falschen zumachen, es sei denn, der Vorteil überwiegt den Nachteil, den es hat, dass das eine Ordnungshindrigkeit ist, falsche Angaben zu machen. Also da sage ich, ich bin der Jürgen und in Wirklichkeit bin ich der Thomas, kleine Ordnungshindrigkeit. Bei Rotlichtverstößen ist es Quatsch. Da sogar kann es kontraproduktiv sein, weil wenn man da irgendwie die große Rumeiernummer macht, dann sagen okay, dann machen wir ein ordentliches Bußgeldverfahren, machen wir hier ein schönes Bußgeldverfahren, wenn du dann frech wirst, dann überlegen sie, und wenn du frech wirst, die Polizisten böse und maliziöse böse Menschen, was glaube ich synonym ist, dann hängen die dir noch irgendwie, kam in drohender Haltung auf mich zu und ich muss einen Haltegriff machen oder so, dann hängen sie dir noch was an. da hast du halt diese schmale Fenster durch geschickte Verhandlungen als Nichtjurist ebenso wie als Jurist durch geschickte Verhandlungen da vielleicht mit einem kleinen Verwarnungsgeld zurecht zu kommen. Das mache ich natürlich selber auch, entgegen der Regel, die ich beim Mandanten sage, immer ein Bläue, bloß keine Äußerung zur Sache, hilft es da halt dann auch wirklich versuchen, sympathisch zu sein, manchmal gelingt es auch mir und vielleicht irgendetwas Nettes erzählen, freundlich sein, ja freundlich sein, weil also auch, das gilt im Übrigen auch in diesen Verfahren, in diesen Vorgängen wegen Parkverstößen, da hat noch in der Geschichte von Elbert Solders, hat Elbert Solders noch nie einen Erfolg bewirkt, sondern da muss man die Waffen strecken. Also ich würde mal sagen, die Grenze ist jedenfalls erreicht bei allem, wo Freiheitsstrafe draufsteht, da sollte man unter gar keinen Umständen was sagen und das sind die meisten, sind tatsächlich die meisten Straftaten aus dem Kernstrafrecht, die im höchsten Maßen mit einer Freiheitsstrafe bedroht. Das wäre so eine Regel, hat man natürlich immer im Kopf, wo Freiheitsstrafen draufstehen, aber eigentlich bei allem, was Strafrecht ist. Also auf gut Deutsch, der Otto-Normal-Hörer, die Otto-Normal-Hörerin dieses Podcasts, das wird wahrscheinlich eh nie in diese Situation kommen, beziehungsweise die Situation, die man da gehabt hätte, wäre irgend so ein Verkehrsverstoß und da sagst du, lieber freundlich sein, lieber verhandeln und bei allem anderen, also dem berühmt-berüchtigen Crystal-Mess-Labor und so, da dann wirklich die Klappe halten. Gut, dann hätten wir das auch noch erklärt. So, jetzt kommen wir aber noch zu später Stunde zu Carola-Rakete. Wir haben uns extra nochmal vor der Sendung davon überzeugt, dass die gute Frau auch tatsächlich Rakete heißt, obwohl sie mit CK geschrieben wird und man also auch auf die Idee kommen könnte, dass es Rakete oder irgendwie so heißt. Nein, es ist Rakete, woher wissen wir das? Von einer Pressekonferenz von Sea-Watch, die wir in Teilen, in Auszügen vor dieser Sendung hier gesehen haben. Carola-Rakete, bekannt als Kapitänin der Sea-Watch 3 und die hatte jetzt roundabout 42, 40 Leute an Bord. Ursprünglich hatte sie sogar über 50 Leute an Bord. Ja, 14 wurden irgendwie schon abtransportiert, weil die in akuter Lebensgefahr oder Notsituation waren. Diese Leute, die dort auf ihrem Boot waren, waren dort nicht, weil sie irgendwie bei, weiß ich nicht, in einem Reisebüro irgendwie eine lustige Mittelmeerkreuzfahrt gebucht hatten, sondern weil es sich bei ihnen um Geflüchte handelt. Und die Sea-Watch 3 ein Boot ist, ein Schiff ist, das im Mittelmeer eben Geflüchtete oder in Seenot geratende, ich formuliere es mal andersrum so, in Seenot geratende Schiffe unterstützt, indem sie dann die Menschen, die da in Seenot sind, mit auf dieses Boot nimmt. Dazu muss man sagen, dass die Seenotrettung im Mittelmeer ja ein Thema ist, über die wir schon öfter in diesem Podcast geredet haben. Ich glaube zum Letzt sehr intensiv vor genau einem Jahr, als in der Zeit dieses unsägliche Pro und Contra kam, zu der Frage zivile Seenotrettung oder soll man es sein lassen? Ein Satz, der, Klammer auf, in meinen Augen noch nach wie vor wahnsinnigen Schaden angerichtet hat. Also dieser ganze vermeintliche Diskurs da, das war ein wirklich Dammbruch der negativen Sorte. Auf jeden Fall ist es um die Seenotrettung im Mittelmeer schlecht bestellt, denn es gab mal eine offizielle Mission der Europäischen Union, die dann auch von Bundeswehrschiffen bespielt wurde, SOFIA. Diese Mission wurde eingestellt. Das heißt, die Europäische Union und keines seiner Mitgliedsländer hat eine wie auch immer geartete offizielle Seenotrettung dort im Mittelmeer und wobei wenn da jetzt die AI da irgendwo im Mittelmeer aufgrund läuft oder so und Probleme hat, könnte ich mir vorschlagen. Eine offizielle Seenotrettung gibt es natürlich schon und also die aber anderen Zwecken dient. Also es gibt Strukturen in den Häfen, die Rettungsmechanismen aktivieren sei es die Aida oder irgendein Fischtrawler aber das ist vor allem auf hoher See oder gar in Nähe der Küstengewässer der Fluchtstaaten beziehungsweise der Fluchtrouten sprich vor der Küste von Libyen da läuft kein Seenot Kreuzer Potemkin von Italien Spanien Griechenland oder sonst was aus das wird auch nicht erreicht und das war ja die das waren ja auch Maßnahmen der Europäischen Union und einzelne Mitgliedstaaten da eine sozusagen staatliche Seenotrettung zu gewährleisten vor den Hoheitsgewässern der Fluchtstaaten beziehungsweise also der Fluchtrouten starten und so war das auch jetzt bei der Sea-Watch 3 die zivile Seenotrettung ist das heißt das sind NGOs also Vereine die durch Mitgliedsbeiträge sich finanzieren durch Spenden Aufrufe und da also mit hohem eigenen Engagement ja eben Seenotrettung gut haben ja und diese Aufnahme von 52 Personen durch die Sea-Watch 3 ursprünglich 52 Personen erfolgte so ist zu lesen 47 Meilen vor Libyen 12 Meilen Hoheitsgewässer 47 Meilen auf hoher See also das klassische Fall Rettung in Seenot geratener auf hoher See und da gilt das See recht ja da kommen wir gleich zu jedenfalls also würde ich sagen kommen wir gleich zu jedenfalls nimmt Kapitänin Rakete mit das ist übrigens kein Künstlername also Rakete das twitterte vor kurzem ich glaube Günther Hack war es ist eine wie nennt man das Transkription oder so des hugenottischen Rakett und das ist der Tennisschläger oder was ja genau Graf Graf Tennisschläger nein ich weiß nicht woher dieses Rakete wird das irgendwie geschrieben ja und das hat man dann tatsächlich weil es ja mal diesen Fotografen Gym Rakete gab der darüber informierte dass das einzige an seinem Namen was Künstlername ist das Gym ist und das Rakete eben sein Familienname ist der ursprünglich mal aus dem hugenottischen stand ja und offenbar gab es dann dazwischen die erste hugenottische Lautverschiebung und die einen durften mit einfachem K und die anderen mit CK Carola heißt die Carola Rakete hat ein CK abbekommen ja in der Tat gute Bemerkung dass es kein Künstlername ist ein schöner Name es gibt auch den Vornamen Rakete tatsächlich eine bekannte Berliner Familienrechtlerin hat den erstgeborenes Kind Rakete nennen we will see das führt jetzt zu weit also du wolltest aber noch was über Seenotrecht und die Sea-Watch 3 und was auch immer sagen geht jetzt ein bisschen die Fantasie durch mit mit dem Namen Rakete ich korrigiere es ist also bislang kein mir bekannter Vorname jedenfalls kommen wir zurück zur Sea-Watch die also da in internationalen Gewässern 52 Leute aufgenommen hat und dann schipperte sie das ist vor zwei Wochen gewesen schipperte sie die Sea-Watch mit den zunächst 52 Personen an Bord durch das Mittelmeer die Sea-Watch ist jetzt kein Passagierdampfer auch die Sea-Watch 3 nicht ist kein Passagierdampfer mit 52 Einzelkabinen oder unkomfortablen Doppelkabinen sondern das ist ein umgebauter Fish-Trawler glaube ich I don't know ja das ist wichtig um sich ungefähr vorzustellen was für Zustände an Bord herrschen also es ist genau wenn da statt der ursprünglich vom Konstrukteur vorgesehenen Achtmann Besatzung Achtmann Besatzung und 52 Personen es ist nicht Yacht eines russischen Oligarchen auf der der russische Oligarche mit 10 Freunden und 40 Menschen Personal eine Lustreise macht ja ich hab's mal übersetzt bin schön ja das ist hier Teamwork und ja schippert da durchs Mittelmeer und alle Mittelmeerstaaten beziehungsweise der von diesen 47 Meilen vor Libyen nächstgelegene Hafen ist Lampedusa eine Sizilien vorgelagerte Mittelmeerinsel und dort über das Königreich Sizilien nein über Italien herrscht ein Innenminister von der rechtsgerichteten sind schon Nazis muss man schon so sagen das wäre dann Bewertung rechtsgerichtet kann man glaube ich ohne Bewertung sagen ja aber es ist so gut jedenfalls Matteo Salvini ja Lega Nord Lega Nord Lega Lega ja Matteo Salvini hat ein 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 Rechtsakt erlassen der es Häfen Meereshäfen Binnenhäfen dürfte es was anderes sein untersagt Schiffe die das begehren um Flüchtlingen zu helfen Geflüchteten Seenotgeretteten ein Dekret ist das wahrscheinlich denen untersagt Häfen anzulaufen und die Personen die da gerettet worden sind auszuschiffen die dürfen also nicht an Land der Schiff darf nicht in Hafen laut Herrn Salvini Rechtsakt die Menschen dürfen nicht an Land das geht miteinander einher ja und so untersagt er dann auch Rakete Frau Rakete und der Sea-Watch 3 mit den zwischenzeitlich noch ungefähr 40 Menschen an Bord weil man die restlichen 10 bis 12 Personen ausgeflogen hat kleine Kinder Schwangere weil das gesundheitlich schon bedrohlich wurde und er sagt also diesen Menschen den Hafen von Lampedusa oder einen anderen italienischen Hafen anzulaufen und ja nun schippert sie da mit der mit den Menschen an Bord und überlegt sich was zu tun ist und am Ende des Tages entscheidet Frau Rakete als Kapitänin den Hafen von der Lampedusa dennoch anzulaufen sie tut das und dabei kommt es zu einem so heißt es einer Berührung oder sie fährt relativ nahe mit diesem Schiff auch an ein kleines Boot auf dem sich fünf Leute der Guardia die Finanza sozusagen die Steuerfahndung ist wahrscheinlich der Zoll oder? Wie? Ja der Zoll ein kleines Zoll Behördliches Boot also jedenfalls was sie was sie genau machen sei dahingestellt es ist jedenfalls also keine Militärangehörigen dazu hat sich aber auch schon Sea-Watch geäußert die nämlich gesagt haben diese ganzen Vorwürfe die da jetzt von italienischer Seite gemacht werden würden so von wegen die wäre da verantwortungslos oder sonst irgendwas oder hätte irgendwelche Leute gefährdet durch ihr Anlege Manöver da sagte Sea-Watch also das ist alles irgendwie totaler Quatsch weil sie da wohl sehr 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 langsam diese ganzen Manöver durchgeführt hat sie hat da zwar angelegt und das kann auch sein dass dieses Boot dieser des Zolls oder was das da war der wohl irgendwie dazwischen war aber das ist jetzt nicht so als also die ist da jetzt nicht so Speedboat mäßig drauf zugeballert sondern muss das alles extrem langsam gemacht haben damit auch wirklich jeder die Möglichkeit hat da irgendwie auszuweichen sie selbst hat gesagt bei diesem letzten Manöver als sie da in den Hafen zu Lampedusa nach 17 Tagen auf See einfuhr sie hat sich darauf berufen die Zustände an Bord seien unerträglich geworden hat sie gesagt bei diesem letzten Manöver sei ihr ein Fahrfehler unterlaufen den sie Zitat zutiefst bedauere und es heißt dann in der Berichterstattung in diesem Fall der Süddeutschen Zeitung beinahe hätte sie mit der schweren Sea-Watch 3 das kleine Motorboot der Guardia di Finanza der italienischen Zoll- und Steuerpolizei gegen die Mole gedrückt fünf Polizisten waren an Bord sie hatten das Rettungsschiff mehrmals zum Halten aufgefordert mit einem schnellen Ausweichmanöver konnten sie also diese fünf Ragazzi da einen Zusammenprall verhindern so also nach allem was man hier weiß war das wie du schon völlig richtig gesagt hast war das keine Situation auf Leben und Tod bei der sich dann diese fünf Jungs da wahrscheinlich Jungs durch einen Sprung über Bord noch hätten retten können so jetzt nicht zu viel Fantasie Matteo Salvini sagte angesichts dieses Manövers das möglicherweise etwa 70 mal täglich in einem größeren Hafen vorkommt sagte die Sea-Watch 3 habe damit einen Zitat Kriegsakt begangen es hätte Zitat geht weiter Tote geben können dabei naja das kannst du immer ja soweit zunächst einmal und dann wird Frau Rakete wird also mit Vorwürfen belegt nach italienischem Recht und diese Vorwürfe sind im Wesentlichen sind im Wesentlichen dass sie jetzt muss ich nochmal kurz gucken es ist ein Ordnungswidrigkeiten Vorwurf sie habe das Anlegeverbot missachtet das ist dieses zurückgehend auf das Innenministerielle Salvini Dekret sie habe sich weiterhin der Begünstigung der illegalen Einwanderung einer Straftat offenbar nach italienischem Recht strafschuldig gemacht so der Vorwurf und sie habe Artikel 1100 des Schifffahrtskodex verletzt und Widerstand und Gewalt gegen ein Kriegsschiff geleistet das sind die Vorwürfe sie ist in Hausarrest unter Hausarrest gestellt worden verbringt den bei einer Sea-Watch Aktivistin ja das ist der Zustand der Stand der Dinge es äußern sich darauf verschiedene mehr oder weniger wichtige Menschen und einer von denen die formal doch eher als wichtig gelten können ist der Außenminister Heiko Maas Außenminister der Bundesrepublik Deutschland Heiko Maas und Heiko Maas findet da muss man nicht gleich bewerten Heiko Maas jedenfalls sagt das geht gar nicht und benutzt den Kurznachrichtendienst Twitter Heiko Maas sagt aus unserer Sicht kann am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens nur die Freilassung von Carola Rakete stehen erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas über Twitter er hat das dann noch präzisiert er hat dann an anderer Stelle gesagt Zitat das Geschachere um die Verteilung der Geflüchteten ist unwürdig und muss ein Ende haben Zitat Ende das war Heiko Maas und ja der Fall hat hohe Wellen geschlagen die Aufrufe Frau Rakete zu unterstützen beziehungsweise ihre Verteidigung zu unterstützen haben ein großes Echo gefunden ist mittlerweile glaube ich mehr als eine Million Euro an Verteidigung die letzte Zahl die ich hatte waren 1,2 Millionen Euro wurden gesammelt eingegangen ein lustiger Kollege hat getwittert das könnte für eine einigermaßen gunstgerechte Strafverteidigung reichen sehen wir auch so auch wenn es ein bisschen mehr sein darf und ja das ist jetzt der Stand der Dinge ja ich glaube in dem ganzen jedenfalls das was mir erstmal einfällt mir noch was einfällt dann kann wir gleich nochmal die rechtlichen Grundlagen anschauen und was zur Bewertung sagen ich lese noch gerade Eilmeldung 20.51 Carola Rakete kommt frei ein italienisches Gericht es ist jetzt Zeit online hat den Hausarrest gegen die Kapitänin der Sea-Watch 3 aufgehoben Italiens Innenminister will Carola Rakete zügig ausweisen lassen Carola Rakete Kapitänin Rettungsschiff Sea-Watch 3 kann ihren Hausarrest in Italien verlassen es entschied eine Ermittlungsrichterin im sizilianischen Aggregent wie die Nachrichtenagentur Ansa und die Zeitung La Repubblica berichteten es seien keine weiteren freiheitsentziehenden Maßnahmen angeordnen wollen Italiens Innenminister Matteo Salvini teilte mit die Ausweisung Raketes sei vorbereitet sie stelle eine Gefahr für die nationale Sicherheit dar Ja Deutschland will die Migranten aufnehmen ja das ist ja mal ein guter Wer hat das gesagt dass Deutschland die Migranten aufnehmen will genau hier steht es denn Deutschland will sich neben vier anderen Staaten an einer Lösung beteiligen und hat offenbar angeboten etwa zwölf Menschen aufzunehmen tolle Wurst zwölf dann doch von den 53 ja so aber das ist jetzt die Nachricht Carola Rakete kommt frei das ist ja eine sehr gute Nachricht dann war das der Richterin da in Sizilien anscheinend auch ein bisschen zu blöd ja um das mal jetzt ganz vorsichtig und sachlich einzuschätzen sagen also hier ist möglicherweise schon der dringende Tatverdacht fraglich also sprich der Verdacht dieser Straftat dass sie ein Kriegsschiff angegriffen hat oder wie das da geht und noch weniger wird wohl ein Haftgrund vorliegen wenn wir mal davon ausgehen dass Italien ein ähnliches Gefüge im Strafprozess hat wie hier in Deutschland so also jedenfalls Geschichtserzählung geht weiter Frau Rakete unterliegt nicht mehr freiheitsentziehenden Maßnahmen in Gestalt des Arrests sondern gar keinen freiheitsentziehenden Maßnahmen es gibt offenbar eine Vereinbarung dass da für eine zügige Ausweisung gesorgt wird und ja wobei ich mich dann frage aus welcher Grundlage also wenn die Richterin sagt die kommt jetzt frei auf welcher Grundlage wird die dann ausgewiesen ja Matteo Salvini sagt weil sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit ist und das wird sicher nach italienischem Verwaltungsrecht ein Grund sein eine Person auszuweisen was jetzt innerhalb der Europäischen Union nicht ganz einfach ist aber musst du ja begründen können also ich wollte gerade sagen sie ist doch EU-Bürgerin ja also erst einmal sagt Matteo haben wir ja auch nicht viel mehr als dass Matteo Salvini sagt sie wird ausgewiesen wenn ich das richtig verstanden habe das ist alles das ist so wie wenn Horst Seehofer irgendwas sagt deswegen frage ich mich ja gerade also ich bin tatsächlich positiv überrascht dass der Rechtsstaat in Italien da ja an dieser Stelle noch zu funktionieren scheint ja und sie jetzt irgendwie frei kommt ich glaube dass die andere ich liefere das nach in den in den Links ich glaube dass die andere Kapitänin ich glaube der Sea-Watch 2 die ist im Moment aber trotzdem noch irgendwo in Haft das ist ich weiß aber nicht ob das in Italien ist in Spanien jedenfalls nicht weil die Spanier sich da ein bisschen recht anständig verhalten müssen wir mal gucken ja sollen wir jetzt mal in die Wertung jedenfalls vielleicht noch stressing dass wir diesen einen Punkt hervorheben das offenbar ja auch auf diplomatischem Wege eine Absprache dahingehend gab dass eine Verteilung der geretteten Geflüchteten stattfinden soll ja bei der schon gut zu wissen dass die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls meint einige verkraften zu können es wäre vielleicht auch ein Actus gewesen das doch vielleicht einfach immer alle aber gut das wäre ja schon Bewertung aber jedenfalls sollen diese Flüchtlinge diese Geflüchteten Geretteten nicht verbleiben in Lampedusa oder Italien sondern in irgendeiner Weise verteilt werden zwölf davon in die Bundesrepublik Deutschland Ich habe jetzt hier noch einen anderen Artikel von Spiegel Online der ist auch ganz instruktiv der erklärt nämlich hier laut Nachrichten Agentur Reuters entschied das Gericht die Kapitänin habe das Gesetz nicht gebrochen als sie in den Hafen von Lampedusa einlief sie sei ihrer Pflicht gefolgt Menschenleben zu wenden ja so und das wäre nämlich etwas was ich dann auch noch erwähnt haben wollen würde es ist nämlich gestern ein sehr instruktives Interview mit einem Professor für internationales Seerecht aus Hamburg erschienen bei Zeit Online und zwar mit Alexander Prölz und dieser Alexander Prölz weist nochmal auf diese ganzen Feinheiten des internationalen Seerechts hin und weist auch darauf hin dass nun mal Lampedusa in dieser Situation der Hafen ist oder gewesen wäre der nach internationalem Seerecht anzulaufen ist und dass es eben der Kapitänin zu überlassen ist zu beurteilen wann in ihrem Schiff auf ihrem Schiff eine Notsituation stattfindet und dass die schon bereits 14 ausgeflogenen Leute schon mal ein ganz gutes Indiz dafür sind dass es auf diesem Schiff eine Notsituation gegeben hat Ja und die Kapitänin Rakete hat dann bei ihrer in diesem Sinne angestellten Bewertung wohl auch gesagt ein sehr überzeugendes Argument hat gesagt eine Notsituation ist ja nicht erst dann eine Notsituation ein Notstand der so weit führt dass sie in den Hafen einfahren muss ist ja nicht erst dann erreicht wenn es wirklich allen schlecht geht und ich meine wer jemals ein Leid das kein Leid ist aber wer jemals auf so einem vor sich hin dümpelnden Schiff irgendwo im Meer oder sei es auch auf einem See sich befunden hat unter obendrein womöglich unter einer gewissen Neigung zur Seekrankheit leidet das ist kein Spaß das ist echt kein Spaß vor allem wenn diese Karren nicht fahren naja so was noch zu sagen ist der Europäische Gerichtshof war befasst mit diesem Fall und war es war beantragt worden er möge eine einstweilige Anordnung erlassen im vorläufigen Rechtsschutz die Italien verpflichte und es im Ergebnis der Sea-Watch 3 gestatte in den Hafen von Lampedusa einzulaufen das hat der Europäische Gerichtshof abgelehnt diesem Antrag stattzugeben mit der Begründung man könne den an Bord befindlichen Menschen auch auf anderem Wege helfen dass man sie zum Beispiel aus der Luft versorgt und ähnliches wahrscheinlich muss man mal sehen keine Urteil schelte oder keine Entscheidung schelte ohne die Entscheidung wirklich zu kennen also richtig mutig sieht das nicht aus was die Kollegen da gemacht haben ich wollte noch ich wollte noch eine Sache sagen zu diesem Vorwurf der illegalen Einreise der da ja erhoben worden ist anscheinend gegen Carola Rakete den aber anscheinend diese sizilianische Richterin anscheinend auch für Spöke Ziel also ich freue mich ich freue mich gerade richtig über die weil das ist das hat man ja auch nicht oft angesichts des Wahnsinns in der Welt über den wir hier reden dass es dann auch Sachen gibt die wirklich so relativ schnell auf eine ordentliche Art und Weise gelöst werden die Beihilfe zur illegalen Einwanderung würde voraussetzen dass es illegale Einwanderung gibt wenn es um diese ganze Sache mit Geflüchtete wollen irgendwo illegal einwandern geht empfehle ich immer einen Aufsatz einen wirklich sehr instruktiven Aufsatz ich werde ihn auch verlinken von Professor Dr. Andreas Fischer Lescano meiner Meinung nach noch immer an der Universität Bremen tätig für öffentliches Recht Europarecht Völkerrecht und Rechtstheorie genau an der Universität Bremen hat den wunderschönen Aufsatz geschrieben das Penalisierungsverbot aus Artikel 31 1 Genfer Flüchtlings Konvention Genfer Flüchtlings Konvention es gibt die Genfer Konvention und die Genfer Flüchtlings Konvention dieser Artikel ist bereits erschienen im Jahre 2011 in der Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländer Politik gibt es zum Glück online ich werde es verlinken Andreas Fischer Lescano der also auch einen tollen sehr merkbaren Namen hat erklärt dort auf ungefähr ja auf neun Seiten in einer Sprache die auch nicht Juristen und Juristinnen verstehen können dass die Genfer Flüchtlings Konvention die in Deutschland aber auch Europa dadurch dass sie ratifiziert worden ist hat sie den Rang also in Deutschland hat sie den Rang von Bundesrecht das ist nicht irgendetwas was man mal so irgendwie heranziehen kann sondern das ist ganz knallhart eine Rechtsvorschrift so und diese Genfer Flüchtlings Konvention besagt wenn man sie dann auch ordentlich auslegt wenn du in ein Land einreist in der Absicht in diesem Land Asyl zu beantragen dann darfst du nicht dafür bestraft werden wenn du möglicherweise ansonsten bei der Einreise irgendeine Straftat begangen hast also es gibt ja zum Beispiel Länder da ist es dann eine Straftat wenn du ohne gültiges Visum einreißt oder sonst irgendwas wenn du das aber tust eben in der Absicht Asyl zu beantragen kann es keine Straftat sein das bedeutet Pönalisierungsverbot kann man sich merken Pönalisierungsverbot ist einfach ein kompliziertes Wort für Bestrafungsverbot bedeutet du darfst eben nicht bestraft werden und von daher Genfer Flüchtlingskonvention wird wahrscheinlich auch von Italien ratifiziert worden sein wenn Carola Rakete dort in Einklang mit internationalem Seerecht in einer Notsituation in Lampedusa anlegt und Geflüchtete in Lampedusa das Schiff verlassen in der Absicht in Italien oder einem anderen europäischen Land was natürlich nicht möglich ist wegen Dublin aber in Italien Asyl zu beantragen dürfen sie dafür nicht bestraft werden und von daher ist das kompletter Quatsch den dort Geflüchteten vorzuwerfen sie seien illegal angereist aber auch Carola Rakete vorzuwerfen sie hätte irgendwie die illegale Einreise von irgendjemandem begünstigt Artikel 31 Genfer Flüchtlingskonvention hilft in der Tat wie so häufig ein Blick in die Rechtsnormen sehr hilfreich ist um bestimmte Situationen einschätzen zu können ich teile die Erleichterung dass es auch südlichen Zipfel Europas Zipfel klingt so blöd also auf Sizilien in Aggregent Richter gibt die ganz einfach ganz einfach nicht aber ganz schlicht das offenbar das Recht anwenden und das ist natürlich eine Mahnung auch dass man sich immer vor Augen hält wie wichtig klassischer Fall von Gewaltenteilung da geht die Exekutive mit Salvini dreht völlig frei und macht wilde Sachen rechtswidrige Sachen und der wird Einhalt geboten durch die Judikative nämlich da Amtsrichterin in Aggregento und das ist ein Zustand der sehr schön ist der aber auch fragil ist weil der Salvini scheint so gewissenlos zu sein scheint so von Motiven von von selbst herrlichen und selbstsüchtigen Motiven getragen zu sein getrieben zu sein dass er solche ganz simplen Grundregeln aus dem Auge verliert und dass er sicher auch in der Lage ist das Prinzip der Gewaltenteilung einfach zu überspringen oder es jedenfalls zu versuchen das ist eine ganz fragile Angelegenheit dort ja jetzt wo ja dieses das System ist darauf angewiesen dass jetzt Herr Salvini der auch oberster Dienstherr der bestimmter Polizeien ist dass der sich einfach daran hält ja und jetzt kommt mein großes aber ich kann das jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen weil ich leider nicht Experte für den italienischen Rechtsstaat bin aber als ich dort war und wir waren da mal mit dem Berliner Innenausschuss als wir uns über organisierte Kriminalität in Italien über die informiert haben mein Eindruck war schon aber das kann natürlich sein dass das jetzt auf Sachen die mit Mafia und so zu tun haben begrenzt war aber mein Eindruck war schon dass die Richterinnen und Richter und die Staatsanwälte und Staatsanwälte die mit diesen ganzen Fragen Mafia beschäftigt waren dass die eine viel größere Unabhängigkeit von der Politik hatten als es in Deutschland der Fall ist und ich könnte mir vorstellen dass es einfach in anderen Bereichen der italienischen Justiz auch so ist einfach aus den Erfahrungen mit der Mafia heraus weil dieses organisierte Verbrechen in Italien halt einfach jeden Gesellschaftsbereich durchzieht und die da schon so nehme ich das wahr also versuchen da klare Brandmauern zu ziehen um eine Unabhängigkeit dort der Judikative sicherzustellen ich aber und das ist jetzt die große Einschränkung natürlich nicht weiß wie fest diese Brandmauern tatsächlich sind gegen so jemanden wie Salvini und da würde ich mich deiner Einschätzung anschließen der ja zu allem entschlossen zu sein scheint also dann auch zu sagen also ich meine auch Salvini wurde ja auch in den letzten Monaten dafür bekannt dass er ja auch so ein Faible dafür hat so uniformiert dann da irgendwie aufzutreten bei so Veranstaltungen der also eine ganz üble Sprache benutzt wenn es eben um Geflüchtete geht und um die Seenotrettung und der und das muss man ja sagen das ist ja schon hinreichend absurd wenn man einer Frau wo italienische Gerichte sagen ey Leute die hat hier nichts Falsches gemacht sondern in Einklang mit geltendem Seerecht mit geltendem weiß ich nicht Geflüchteten Recht Genfer Flüchtlingskonvention gehandelt dass der dann sagt diese Frau ist eine Gefahr für die für die öffentliche Sicherheit und muss oder für die innere Sicherheit Italiens und muss deswegen ausgewiesen werden also das ist ja schon alles hinreichend absurd ja also die wenn man das rechtlich noch ein bisschen aufdröselt dann kommt man da schon jetzt mal losgelöst vom vorliegenden Fall kommt man an Stellen an denen die das nationale Recht prägt von der Souveränität der Staaten die dann auch denen es auch erlaubt ist Kraft ihrer Souveränität ihrer Häfen zu schließen wann immer sie gerade Bock haben jedenfalls wenn man das so ein bisschen aufdröselt kommt man dazu dass da die verschiedenen Rechtsordnungen nicht widerspruchsfrei ineinander greifen dass also die Pflicht des einen die seerechtliche Pflicht Menschen in Not zu retten auf hoher See im Meer dass die nicht richtig synchronisiert ist nicht richtig korrespondiert mit entsprechenden Handlungs- und Duldungspflichten der Staaten das ist also vom und darüber hinaus dann auch nicht richtig korrespondiert mit den asylrechtlichen Regelungen mit den migrationsrechtlichen Regelungen innerhalb der Europäischen Union in diesem Fall also in diesen diese verschiedenen Rechtssysteme die verschiedenen Rechtsordnungen also Europa ja Völkerrecht nationales Recht greifen da nicht widerspruchsfrei ineinander das ist der Ausgangspunkt einerseits andererseits gibt es und kann es überhaupt keinen Zweifel daran geben dass wenn ein Schiff auf dem Menschen in Not aus Not gerettet sind und deren Zustand sich stets und ständig verschlechtert kann es keinen auch rechtlichen Zweifel geben dass diesen Menschen zu helfen ist und das ist insofern eine eine ganz klare auch rechtlich ganz klare Situation in der also es überhaupt keine Abwägung gibt die irgendeinem Recht dass der sofortigen Rettung und der sofortigen menschlichen Behandlung dieser Personen entgegengesteht kann es keine Abwägung geben die das verhindert so und das ist in dem Recht unserer Staaten in dem wir Gott sei Dank leben nicht möglich und wunderbar dass du das jetzt nochmal so zusammengefasst hat das würde mich nämlich jetzt zu meinem wahrscheinlich letzten Punkt bringen weil wir jetzt schon fortgeschrittene Zeit haben und ich glaube so lange halten wir jetzt auch nicht mehr durch zeigt schon mal dass wir als Kapitäne von so einem Schiff komplett untauglich werden erst recht ein Passagiere ist aufgenommen wo ist denn hier die Weinbar Bartender I'd like a Manhattan please vor dem Hintergrund was du jetzt gerade nochmal so schön auseinander gedröselt hast dass es eben eben nicht einfach so geht sowas abzulehnen dass es eben nicht geht Leute nicht zu retten das ist eben so das haben wir im letzten Jahr schon mal gesagt aber ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal sagen dass solche Artikel oder solche Einlassungen wie die von Mariam Lau damals in der Zeit mit dem oder soll man es sein lassen einfach nur saudumm dumm 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 und gefährlich sind dumm weil sie halt einfach mit der rechtlichen Situation in der wir uns befinden überhaupt nichts zu tun haben überhaupt gar nichts also nicht ein cleverer neuer guter Gedanke wo man mal sagen könnte oh das ist jetzt aber ein Gesichtspunkt den haben wir jetzt noch gar nichts gedacht sondern einfach nur so ein gefühlsmäßiges ach ja ich habe hier ein Problem mit Ausländern weiß aber nicht so richtig wie ich es formulieren soll also schreibe ich irgendwie einen Sermon darüber dass man dass man die private Seenotrettung doch bitte sein lassen sollte ja auch mit diesem Scheiß mit diesen Pull-Faktoren ne also lief auf Twitter ja auch ein sehr guter empörter Tweet so durch die Gegend so nach dem Motto naja gut also wenn das mit Motorradfahrer die sich auf der Autobahn irgendwie zu Tode fahren dann rettet man die jetzt auch nicht mehr weil man einfach sagt ja nee aber diese Rettung der Motorradfahrer die sich da kommen immer mehr oder weiß ich nicht also gibt genug Situationen die wir uns jetzt vorstellen können wo man irgendwelche absurden Pull-Faktoren behaupten kann ja so da Motto ja gut wenn wir das mit den Krankenwagen einstellen dann wird ja auch keiner mehr krank fahren die Leute vorsichtiger so und es ist dumm das habe ich jetzt hoffentlich zu Genüge irgendwie erklärt und es ist aber auch gefährlich weil solche Artikel und die wird es mit Sicherheit ja auch in Italien irgendwie geben sind dann tatsächlich die geistig ideologischen Wegbereiter von Leuten wie einem Matteo Salvini weil dort einfach eine öffentliche Stimmung geschaffen wird in dem in der auf einmal solche Sachen wieder diskutiert werden können genau in denen man in denen das salonfähig ist ein blöder Begriff in denen das tatsächlich auch denkenden Menschen plötzlich möglich erscheint dass man vielleicht doch davon absehen könnte diese Menschen zu retten was in unserer Rechtsordnung und nicht nur vom Recht her sondern auch von den menschlichen Grundüberzeugungen rein moralisch absolut undenkbar also absolut unmöglich ist absolut inakzeptabel ist dass das plötzlich gedacht wird und immer wieder das ist ja auch eines unserer Themen also immer es geht immer weiter Richtung ach warum eigentlich nicht und also verschiebt immer weiter und da verschieben eben auch diese diese Spirenzien und das weiß Herr Salvini dieses Spirenzien das jetzt offenbar nur zwölf Stunden gedauert hat das eigentliche Spirenzien das zwölf Stunden gedauert hat dass da Frau Rakete oder 24 wie viel auch immer dass die da festgesetzt worden ist er weiß genau das verschiebt den Diskurs genau in diese Richtung und es bleibt hängen vielleicht ist es ja doch strafbar und die war ja auch die Diskussion die Diskussion der letzten Tage in den Medien war ja auch die hat sie sich jetzt strafbar gemacht oder nicht war das jetzt richtig oder nicht und da ist es so beruhigend wenn dann da ein italienisches Gericht einfach sagt so war nicht illegal war erlaubt bitteschön also so dankbar man dafür sein kann dass es auch im deutschen Sprachraum relativ zügig also inhaltliche rechtliche Auseinandersetzung mit diesem Thema gab habe ich so auf die Schnelle keine wirklich klare Aussage gefunden dass doch die ein oder andere absolut fundamentale Grundüberzeugung wie sie im deutschen Grundgesetz in Artikel 1 mit der unantastbaren Würde und Artikel 2 und so weiter zum Ausdruck kommt dass die in dieser Situation international anerkannte völkerrechtliche etablierte Menschenrechte also es fehlt so etwas bei summarischer Durchschau fehlt es etwas an Stimmen die da eine auch rechtlich klare Position vertreten haben es waren relativ viele Stimmen zu finden die so mit Ja Aber und so wie wir es vorhin auch ich es vorhin kurz angesprochen hatte mit diesen rechtlichen Konflikten Friktionen zwischen den einzelnen rechtlichen Regimen National Völkerrecht und Europarecht da ein bisschen rumgemacht haben aber die dann im Ergebnis nicht zu der klaren Feststellung gelangt sind dass solchen Menschen selten ist Ja und das sind halt die Spitzfindigkeiten das sind halt diese Spitzfindigkeiten die da stattfinden wenn das alles nur noch auf die nur noch auf der Ebene der Logistik verhandelt wird ja so die eben nämlich genau dieses soll man es sein lassen in dem Moment in dem du die Frage stellst stellst du ja eben diese uneingeschränkten Menschenrechte in Frage und dann wird es auf einmal so dieses Ja aber dann steht doch hier und da und ja es ist es ist ein Kreuz und es ist unschön aber we will see ja wir werden sehen wie sich das Vater da entwickelt an der Stelle ja vielleicht sollte Heiko Maas sich auch nochmal überlegen ob er dann wirklich da einen raustwittern muss dass Deutschland bekleckert sich da ja dass er schön einen raustwittern das ist ja auch eine leichte Übung und dann auch noch zu sagen dass Geschachere um die Verteilung der Geflüchteten ist unwürdig und am Ende nach langen Verhandlungen 12 zu nehmen also das ist nicht über jeden Zweifel haben wir Heiko Maas und uns allen wird es sehr gut anstehen nicht mit dem Zeigefinger auf Italien schon gar nicht zu zeigen auf Salvini kann man und muss man zeigen das ist glaube ich ein ganz schlimmer ganz schlimmer Geselle aber das ist jetzt damit ist man noch nicht raus aus dem Rennen wenn man auf Herrn Salvini und Italien zeigt wenn man nach langem Hickhack dann zwölf dieser Menschen seinerseits aufnimmt und ohne dass das auch nur ansatzweise eine Rechtfertigung dafür sein kann und darf dass man Leute auf hoher See da ihrem Schicksal überlässt und nicht in den Hafen hineinfahren lässt da muss doch von Außenminister insgesamt mehr kommen und da muss dann doch auch mehr kommen wie man diesen weil es ist die Bild Zeitung hatte gesagt die soll doch nach Kiel fahren die voll schwach maten man muss natürlich sehen in Deutschland kommen Flüchtlinge nicht auf dem Seeweg an und auch da muss man dem Italiener natürlich irgendwie muss man da ein bisschen unter die Arme greifen ja es ist wie gesagt jeden hin jeden Nexus vermeiden zwischen diesem Verhalten des Herrn Salvini aber nur zu sagen Salvini also wie Heiko Maas das sagt jetzt geht so nicht wird nicht geschachert und wir fanden das ganz schlimm nee da muss man sich dann aber auch nochmal wirklich was ein das ist halt echt ein Trauerspiel ich meine es ist wahrscheinlich echt nicht einfach mit den Leuten sich dann in irgendeiner Form an den Verhandlungstisch zu setzen aber was ich so im Großen und Ganzen so schlimm finde ist dass natürlich die Europäische Union weißt du wenn du dir jetzt die Volksrepublik China anguckst wie die gerade mit den Uiguren umgeht oder so oder andere Länder anguckst wie die mit jeweiligen Minderheiten umgeht da waren natürlich auch so internationale Entitäten wie die Europäische Union immer ganz wichtig wenn die sagen konnten ey aber wie ihr hier mit euren Leuten da umgeht das ist nicht so wichtig die Art und Weise wie wir mit Geflüchteten umgehen wie wir das hinnehmen dass die im Mittelmeer saufen ist natürlich die totale Munition für so whataboutism dass man dann halt irgendwie so sagt so ey EU ihr lasst die doch da auch ersaufen und so und es ist halt unwürdig es ist unwürdig wenn man sich überlegt wie viele Millionen Menschen in der EU leben wie stark dieser Wirtschaftsraum global gesehen ist ja was für ein reiches Land Deutschland aber auch andere europäische Länder immer noch sind trotz Finanzkrise trotz dem Flüchtlingsherbst 2015 ich habe noch immer keinen Geflüchteten in meinem Umfeld in irgendeiner Form irgendwie erlebt ich habe noch nicht erlebt dass das in irgendeiner Art und Weise meinen Alltag in irgendeiner Form beeinflusst und dann gehen wir nach Sachsen von dem Hintergrund ist es halt tatsächlich das sind die alle ja von dem Hintergrund ist es tatsächlich es ist einfach unwürdig es ist einfach unwürdig aber genauso und ich meine hier lässt sich ja auch ein Muster erkennen genauso wie man andere große Herausforderungen der Menschheit im Moment so vollkommen ignoriert wie zum Beispiel die Frage was machen wir denn jetzt mit der Klimakatastrophe scheint man auch nicht in der Lage zu sein sich einfach mit den Italienern darauf zu einigen zu sagen und selbst wenn man den Italienern sagt okay pass auf dann nehmen wir halt alle die da irgendwie über Italien kommen ich meine es wäre ich könnte mir eigentlich nur vorstellen dass es auch ein ganz starkes Zeichen wäre ich persönlich wenn ich dann Italiener wäre meine ja gut ich ich aber jedenfalls könnte ich mir durchaus vorstellen dass es den einen oder anderen italienischen EU-Mitbürger gibt dem das sehr sehr unangenehm ist wenn die eigene Regierung da Gewese macht wegen 42 Menschen die ins Land kommen könnten und dann eine andere Regierung sagt komm wir nehmen die einfach also gar nicht überheblich sondern einfach wir lösen das jetzt so weiß ich in dem in dem ganzen Zusammenhang also so dramatisch das auch alles ist und so schön man sich darüber auch unterhalten kann aber nochmal angesichts der ganzen Probleme von denen die Europäische Union und die Menschheit so insgesamt stellt ist es ja auch Wahnsinn wie viel Energie so ein Ereignis jetzt frisst also wenn man sich jetzt überlegt ja meine also das ist toll dass die so eine Öffentlichkeit haben weil diese Öffentlichkeit die sie haben hat natürlich auch dazu beigetragen dass es jetzt so gelaufen ist wie es gelaufen ist also ich sag mal die italienische Richterin wird mit Sicherheit auch zur Kenntnis genommen haben dass das jetzt eine internationale Geschichte ist aber wenn man sich überlegt dass man sich auch um andere Sachen kümmern könnte ich musste mich halt nur gerade daran erinnern wie wir in dem anderen Podcast hier mit der Rue Femme und der Özilim Topschu auch darüber geredet haben dass diese ganze Identitätspolitik und diese ganze Politik über Geflüchtete und so dass das alles auch Eskapismus ist da hast du dann wieder irgendwie Remi Demi da kann der Matteo Salvini dann wieder so tun als würde er Politik machen ja unser Bundesaußenminister kann so tun als wäre er Bundesaußenminister ja und am Ende geht es halt irgendwie darum bezieht eine ganz billige Position wie eine Staatengemeinschaft mit 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern 50 Leute aufnimmt darum geht es am Ende und das ist und das ist bitter und das ist ermüdend ja also wenn wir sonst Apropos ermüdend Apropos ermüdend wir können nicht mehr dann brechen wir jetzt an dieser Stelle ab ja liebe Hörerinnen und Hörer das war die ich glaube 22. Folge von Lauer und Wehner wenn es euch gefallen hat hinterlasst doch einfach eine Wertung auf iTunes abonniert uns auf iTunes abonniert uns auf YouTube abonniert uns irgendwo eine andere Form des Abonnements ist es ein Dauerauftrag auf das im Blogbeitrag angegebene Konto zu hinterlassen darüber freuen wir uns sehr wenn euch das mit dem Dauerauftrag zu kompliziert ist Paypal ist in meinen Augen genauso kompliziert geht aber anscheinend schneller also schickt uns Cash oder im Umschlag Koffer genau oder Koffer oder wenn ihr ganz ganz wilde Sachen machen wollt Western Union geht auch wir nehmen jetzt Western Union in unser Portfolio auf ich schick dir jede Woche mehr Western Union ich schick dir jede Woche Cash im Koffer so liebe Leute es hat mich sehr gefreut dass ihr bis hierhin zugehört habt und dann hören wir uns nächste Woche wieder wenn es wieder heißt Lauer und Wehner Deutschlands bestem Podcast ja tschüss guten Abend gute Nacht guten Morgen auf Wiederhören auf Wiederhören tschüss